Wir haben heute was Besonderes vor. Wir bauen heute ein Lebkuchenhaus. Ich glaube, ich wurde krass gescammt gestern von meinem Friseur. Digga, ich habe ... Oh, gestern für meinen Friseurbesuch bezahlt. Niemals! Für das? Warum liegt das bei den Backzutaten, dieses Medikament? Wir hätten beinahe ein Medikament mit reingebacken. Du hast noch drei Seldecks mit reingemacht ins Lebkuchenhaus. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Zeig's doch mit, Bro. Weiß ich nicht genau. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten Adventsfolge. Wir wünschen euch erstmal einen wundervollen zweiten Advent. Bei uns ist der noch nicht, aber bei euch schon. Deswegen frohen zweiten Advent. Wir haben heute was Besonderes vor, passend zum zweiten Advent. Wir haben es vorher auch in der Insta-Story angekündigt. Deswegen hoffe ich, dass ihr auch vielleicht der eine oder andere mitbaut. Oder die eine oder andere. Wir bauen heute ein Lebkuchenhaus! Das gute Lebkuchenhaus. Von Dr. Edgar. No Placement. No Placement. Da hat Tim wirklich noch das letzte aus dem Regal hier raus ergattert da, Alter. Das ist jetzt grad die Phase, wo die Dinger immer ausverkauft sind. Ist sowas schnell sold out? Ich hab das noch nie gemacht. Doch einmal hab ich's gemacht. Das ist extreme sold out. Ich versuch halt... Vier Supermärkte angerufen! Tim meinte grad, er hat vier Supermarkt angerufen. Wer geht da ran, wenn man da anruft, Bro? Geht jemand an der Kasse ran? Community Management, what the fuck, Bro. What the fuck, okay. Also wir haben auf jeden Fall ein Lebkuchenhaus, was wir in Gemeinschaftsleistung bauen. Wir machen hier nicht so ein Ding, jeder baut eins und mehr schauen, was besser ist. Warum? Weil wir sind ein perfektes Team, Mann. Genau. Die Wahrheit ist, eigentlich wollten wir das machen, aber es gab halt nur ein Lebkuchenhaus in dem ganzen Supermarkt. Wirklich, wirklich? Das ist die Geschichte, die ich gern glauben will. Dass Tim gesagt hat, nein, weißt du was, ich kauf denen beiden eins und so, weil die sind so Brüder. Check, check. Wollen wir direkt anfangen einfach? Ich möchte dir erstmal ganz kurz Hallo sagen. Okay. Hi. Nächstes Mal wirklich mal. Hi, hi, hi. And welcome, hi. Heute testen wir wieder 15 Melonen. Lifehacks. Hey Leute, wenn ihr eine Melone aufschneidet und mit dem Rührgier drin rumrührt und dann Wodka reinrührt und dann das wieder zu baut, dann habt ihr eine super Partybowle auf Wassermelonenbasis. Tatsächlich ein sehr geiler, muss ich sagen, sehr, sehr geiler Lifehack. Ich sag ehrlich. Aber natürlich macht immer alkoholfrei und so, ne? Weil das ist nicht gut für euch. Alter. Ich sag ehrlich, man hat das immer belächelt, als es da war, aber mir fehlt Emra ein bisschen. Also hast du es gerade zugegeben, dass du es belächelt hast? Ja. Ich hab's immer sehr ernst genommen, seine Videos. Also ich vermiss Emras Wassermelonen-Lifehacks, Bro. Emra, komm zurück. Bruder, ich sag dir ehrlich, Emra stream nächste Woche Rainbow Six und dann kannst du dir das dann regeln persönlich. Bruder, wie kannst du das sagen? Emra ist meine Kindheit. Ich bring deine Familie um. Yo, chill. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö verdient, als die Leute, die actually die Wasserbelonen verkaufen. Als die Supermärkte. Wir müssen uns einen Adventskranz voranmachen, Bro, den wir gebastelt haben. Ja, first things first. Wir zünden die zweite Kerze des Adventskranzes an, den wir letzte Folge selber gebaut haben. Und wir haben auch noch mal ein paar Einsendungen von euch bekommen, die gucken wir uns auch noch mal schnell an vorher. Ich glaube, wir werden ja wirklich stark traurig, wenn wir das anschauen. Wir haben heute wirklich ein sehr, sehr großes Programm. Ihr merkt schon, wir haben viel vor. Und das machen wir alles in einer Viertelstunde. Deswegen, Dominik, zündet mal hier erstmal die zwei Kerzen an. Abfahrt. Ich hab irgendwie das Gefühl, kannst du bitte singen, wenn wir anzünden. Viele haben ja auf Insta geschrieben, dass sie das Lied auch kennen, was ich gesungen hab und dass es so Kindheitserinnerungen für sie geweckt hat. Und du sollst bitte singen jetzt, wenn ich es anzünde. Bro, ich kenn den Song nicht. Du musst nur singen, wir sagen euch allen den lieben Advent. Okay. Wir sagen euch alle den lieben Advent. Jetzt Impro, jetzt Impro. Wir sagen euch alle den lieben Advent. Wir haben uns alle lieb und in mein Maul das Essen ich schiebe. Wow, okay, okay. Yo, yo, yo. Hey, Töbi, ich schweiß das Feuerzeug zurück, okay? Ja, ey, in dem Sinne frohe zweiter Advent nochmal. Digga, das war so ein bisschen so sieben Uhr morgens, der Hahn von meiner Nachbarin. In diesem Sinne frohe zweiter Advent nochmal. Nein, Freunde, guck mal. Advent, das sag ich gerade auch später in deine Richtung. Auch für alle Freunde, die auf YouTube gerade zuschauen. Kleine lustige Entdeckung habe ich auch schon vor dem Podcast zu Kevin gesagt. Aber Kevin hat heute versucht, komplett quasi sich in eine, als ein Farbblock zu verkleiden. Er hat sich die Haare neu gemacht, finde ich sehr gut gelungen. Dann haben wir so ein Beige, dann haben wir seine Hautfarbe, die auch sehr beige ist. Dann haben wir den kompletten Sweater-Anzug-Kombo, auch beige. Und die Schuhe auch weiß und beige. Bro, checkst du, dass du wirklich aussiehst wie eine Farbe? Das ist übelst geil. Lass uns manchmal, oh mein Gott, hattet ihr in der Schule auch so Farbtage? Wir hatten manchmal so Rottage. Nee, Digga, was? Hattet ihr es nicht? Hattet ihr beiden das? Oder hast du auch zu viel deinen Namen getanzt und so einen Scheiß? Na. Kannst du Dominik uns einmal vortanzen? Nein, ich bin ja, ich bin ja nicht komplett eingeschränkt. Mann, Junge. Nein, nein, Waldorfschule ist mir erspart geblieben, aber in der Grundschule hat immer Farbtage. Zum Beispiel gab es dann den Rottag und dann musste man sich komplett rot anziehen. Was ist denn eine Scheiße? Man durfte nur rotes Essen mitbringen. Nein, nein, das ist... Bruder, du redest... Das ist legit ein Maxify-Video, was du gerade erzählst. Das gibt es nicht. Doch, das gab es. Und dann halt in der Schule wurde dann auch zum Beispiel zusammen roter Wackelpudding gemacht. Nein, du laberst so eine Scheiße, Digga. 100% Rot-Tag. Du laberst das real, doch keiner kennt das. Ich werde dir nicht eine Person in die Kommentare schreiben. Oh mein Gott, ich kenne das. Hör zu, da müssen wir jetzt dran denken diesmal. Aber wir machen unter der Spotify-Folge eine Umfrage. Und unter YouTube könntest du natürlich auch reinschreiben. Tim, kannst du bitte dran denken. Dann ist in so einem nächsten Rap steht ja nicht nur, du hast dieses Jahr eine Umfrage gemacht. Das wird schon die zweite... Wir haben letztens Spotify-Rapt gemacht. Habt ihr alle gesehen. Haben uns halt es angeguckt und da stand da so drin, du hast deine Community dieses Jahr krass mit einbezogen. Ja, ja. Du hast eine Umfrage gemacht. Holy shit, Digga. Das wird jetzt die zweite. Nee, Rot-Tag ist so ein Ding, Bro. Und ich fühle, du hast gerade den Beige-Tag aktiviert. Mhm. Ja. Ey, bevor wir anfangen mit unserem Lebkuchenhaus, Tim hat uns nochmal hier so ein paar Bilder rausgesucht von euren Adventskränzen zu Hause und ja, quasi eurer Deko, könnte man sagen. Ich würde sagen, da gehen wir mal ganz kurz einmal durch. Ich habe hier einmal von Marie, ja, haben wir hier den Kollegen, die hat den Klassiker. Machst du ein Recording an, dass die wissen, was du redest. Achso, ja, das können wir doch einblenden, Bro. Alles easy. Ja? Mhm. Also wir haben hier den ersten von Marie, der ist so länglich und vier so goldene Dinger raus. Der sieht sehr gekauft aus, den hat sie niemals selber gebastelt, Bro. On God. Never. Ich finde, ich muss leider auch sagen, es tut mir richtig krass leid, Bro, aber dieser länglichen fühle ich gar nicht. Dies muss für mich ein Ring sein. Kann auch ein kleiner Ring sein, aber dieses längliche, das ist doch, es heißt doch auch Kranz, Bro. Es heißt doch auch Kranz. Ja, okay. Sauer, ist ja richtig, ist richtig emotionales Thema. Ich bin nicht sauer, Leute, hört mir doch zu, es heißt doch Kranz, Mann. Wirklich, warum checkt das keiner? Es heißt doch Kranz. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, okay, verstehe. Aber ansonsten muss ich sagen, sehr schön, diese Kerzen, diese Bronzen dann da. Oder läuft im Hintergrund auch Edeltalk, sehe ich doch auf den Bildern. Sehr, sehr gut. Sehr schönes Detail. Ah ja, true. Dann haben wir hier von Studi, das ist ein selbstgebastelter, Kranz im Kreis, mit so kleinen, wie so Bären, so roten Details noch. Bro, das sieht richtig geil aus, das feier ich extrem. Das sieht ähnlich aus wie unserer. Und dann möchte ich ganz kurz fragen, was zum Fick, das macht jetzt nur Sinn für die Leute auf YouTube, aber was zum Fick hat WhateverXO gemacht hier? Digga, was zum Fick ist das? Das sieht überscheiße aus. Oh Mann, Bruder, das nächste, nein. Was denn? Ich glaube, das sieht immer schon mega, das sieht mega scheiße aus. Es tut mir wirklich leid, das sieht richtig hingeschissen aus. Nein, nein, das übertreibst du, Bro. Ich find's nicht geil. Du kannst nicht vorher bei diesem Graden so tun, Dominik, so emotional, jetzt bist du emotional bei dem, Real Talk, unser sieht besser aus, wie wir haben. Nein, okay, schau mal, das ist halt so ein Metallgestell, schon mit den Kerzen halt fertig und er oder sie hat das innen halt noch so ein bisschen dekoriert mit so einem kleinen Hirsch, mit bisschen Tannendingern und sowas. Ist Arsch, tut mir leid, aber es ist nicht geil. Es gibt von mir eine 7 von 10. Das ist Arsch, Bro. Sorry, aber das nächste ist Arsch. Von dem ist das? Da steht kein Name irgendwie dabei. Das mit diesen Nussknackers. Ja, ja, ist das von Nils? Ey, Nils, sorry, Bro. Oh, so fuck is that, Bro. Okay, ich hab jetzt mal ein bisschen durchgescrollt, da waren viele lustige Sachen und normale Sachen dabei, aber ich hab eine Sache noch gefunden, die ist ein bisschen wild, die ist von Schmudigs. Der Bruder ist nämlich einfach hingegangen und hat so eine lange Wurst genommen und hat oben vier Krakauer reingesteckt. Na, das ist ein Google Bild. Und die eine, die angezündet ist, hat einfach Senf oben dran. Bro, das ist ein Google Bild. Das hast du bitte bei Gott nicht selber gemacht. Das ist keine Scheiße. All right, lass uns anfangen mit unserem Lebkuchenhaus, Bro. Ich würd sagen, wir gehen rein. Ich hab das noch nie in meinem Leben so richtig gemacht. Ich glaub, ich hab das einmal vor zwei ja mal so halb hingewichst gemacht im Stream. Ja. Aber so richtig, richtig hab ich's noch nie gemacht. Das ist nicht schwer eigentlich. Was ist das hier? Also wir müssen gucken, Tim hat so ein paar Sachen hier noch dazugebaut, noch dazugelegt. Okay. Wir haben hier grüne Dekorationen noch. Also das Haupt, die Main Building Parts sind natürlich hier in diesem Kasten. Wofür brauchen wir einen Gefrierbeutel? Für das Icing. Ah, Spritzbeutel. Mmh, check. Okay, Bro. Ich hau einfach mal die Main Parts hier raus. Ja. Und dann kannst du schon mal so ein bisschen, du bist ja auch ein Handwerker so ein bisschen im Kopf. Du verstehst ja so ein bisschen, wenn ich dir jetzt sag, säg das mal auf eine 45er Gehrung, dann sagst du kein Problem, wie oft. Ist dann deine Antwort, ne? Während du das gesagt hast, ist mein Mikrofon umgefallen. Weil du das so gut eingebaut hast. Hast recht. Also wir haben hier erstmal so ein bisschen Deko-Elemente. Ja, wir haben hier so ein paar Brezel-Dinge und so ein paar Kekse. Ein paar Smarties. Ich möchte kurz mit dir... Ich muss einen, wir essen beide einen. Ja, ich möchte... Oh nein, ich darf nicht. Weil? Ach, scheiße. Oh mein Gott, ich kann dir jetzt die Smarties vorfressen. Man, Bro, ich muss heute den ganzen Tag, weil ich morgen so einen Arzttermin hab, ich darf heute den ganzen Tag keine Fruktose zu mir nehmen, keine Süßigkeiten essen, keine Fertigprodukte essen. Ab 19 Uhr darf ich nur noch Wasser trinken. Die Scheiße ist, ich darf ab 19 Uhr noch Wasser trinken und jetzt ist der Twist. Wir haben gerade 13 Uhr, nach der Podcast-Aufnahme 14 Uhr, ich hab noch gar nichts gegessen. Ja, da musst du noch irgendwie was reinfressen, Bro. Ja, aber ich muss, ich darf Reis essen, Fleisch und Ei. Das sind so die Sachen, die ich rausgefunden hab, die ich essen habe. Bro, aber da könntest du actually einen geilen Fried Rice, so Egg-Fried Rice machen. Ja, stimmt. Oder halt jemanden fragen, ob er es für dich vielleicht machen kann. Dann haben wir auf jeden Fall noch so... Lieferando. Na, das darfst du nicht machen. Du weißt ja nicht, wie dir das zubereiten. Oh mein Gott, muss ich heute selber kochen? Also ich meine, an sich ist geil selber zu kochen, aber ich hab heute gar nicht die Zeit dafür. Ja, vielleicht gibt's ja jemanden in deinem Haushalt, der dir helfen kann. Nee. Nicht? Nee. Bist du alleine? Ja. Das ist auch noch das Ding, du bist turbogefickt. Ja. Ja, dann... Da geht der Blick in Tims Richtung. Hallo, du hast noch eine Option. Tim ist witzig, was hast du heute noch vor? Okay, wir haben so Schokolinsen, wir haben hier so Gummibärchen und dann haben wir natürlich die Building Parts, also Grundfläche. Digga, Building Parts, als wär's so Fortnite, Digga. Lass uns hier... Wir haben die Grundplatte und die zwei Dachdinger. Fehlt da nicht eins irgendwie? Pack mal aus, Bro. Es sind zwei übernommen. Ich glaube, diese Dreiecke fehlen, glaube ich. Nee, hier sind noch. Warte mal, wir packen mal alles aus. Pack mal. Aber vorsichtig, das bricht die Scheiße. Wenn es bricht, sind wir gefickt, ne? Dann ist die komplette Folge Ja, nee, dann müssen wir die Folge löschen. Oh, es ist schon gebrochen, oder? Ah, nee, doch nicht. Oh mein Gott. Nein, tschöne mal jetzt. Alter. Wir brauchen eine Unterlage noch oder so, ne? Ja, das ist das der Große da irgendwie unten. Nee, ich meine halt für den Tisch. Nein, warum? Das, nimm aber das. Als Papier hier. Also ein Zettel hier. Ja, ja. Okay. Ja, Freunde, falls ihr gerade auf Spotify oder Apple Podcast oder so hört, ich glaube, diese Folge macht eigentlich Sinn mit Video zu gucken, mal wieder, weil wir sind hier immer wieder dran, ein bisschen was auch visuell zu unternehmen, ne? Wir sind hier mal wieder dran, ein bisschen was zu merken, oder? Ja, wird mal wieder geschuftet. Das ist die Baseplatte, Bro. Okay. Weil die ist größer als die Dachdinger, schau. Hä? Aber das macht gar keinen Sinn. Wie funktioniert das? Nein, nein. Wir haben die zwei Dreiecke, das sind sozusagen die Wände, also so. Ach so, so. Und dann, das ist ja mega hässlich. So und dann so. Ey, ich hab ein Hot Take, okay. Lass dich einfach fressen. Tatsächlich ist das gar kein Hot Take. Ich finde Lebkuchen übertrieben reudig. Ich finde, das ist wirklich eines der schlechtesten Süßigkeiten, die es gibt. Das ist keine Süßigkeit. Doch. Okay, ja gut, da kann ich nichts mehr gegen sagen. Hä? Willst du mir sagen, Lebkuchen ist keine Süßigkeit? Das ist doch keine Süßigkeit in dem Sinne so. Ein Kuchen ist doch auch keine Süßigkeit. Ah ja. Würdest du sagen, Kuchen ist eine Süßigkeit? Jetzt sagst du es auf Krampf, weil das deinen Punkt ansteht, aber sag mal ganz ehrlich. Du bist gerade vor Gericht. Also, ich würde sagen, ein Kuchen würde ich jetzt nicht als Süßigkeit betiteln, aber ein Lebkuchen ist für mich auch kein Kuchen. Naja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich wollte dich ja nur, das war ja eine argumentationsmäßige Hinleitung. Nee, du hast einfach so gesagt, würdest du sagen, für dich ist ein U-Boot eine Süßigkeit? Ja, Bro, nein, hä? Auch nicht, okay. Also, guck mal, wenn du sagst, Kuchen ist keine Süßigkeit, das war ja nicht mal Ende meines Satzes, das war nur eine Frage, die du sollst beantworten, dann hätte ich weitergeredet. Ja, okay. Dann hast du aber fucking Jephausen hier ausgepackt. Ja, Benjamin Blümchen, chill mal. Hast du gesehen, wo Leeroy, hat in so einem eine Stunde Statement, der macht die ganze Zeit auf Ernst und dann auf einmal in Minute 42 sagt er zu Monte Goofy und in Minute 53 oder so sagt er auf einmal zu Manuelsen sagt er Benjamin Blümchen, Digga. Wirklich? Ja. Warum? Der hat so ein Statement gemacht. Ich habe es nicht geschaut, juckt dich mal. Ja, scheiß, scheiß auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall, so, Bruder, so soll das aussehen. Dein fucking Lebkuchen-Take fick ich jetzt komplett beiseite. Das ist nicht lecker, aber es gibt Lebkuchen, der lecker ist. Nee. Können wir uns darauf einnicken? Nein. Den mit Schokolade rum drauf? Nein, mega reudig. Opfer. Gut. So muss es aussehen. Ja, willst du einmal in die Kamera zeigen? Nee. Ich würde es einfach einblenden. Also so wollen die, dass es aussieht, aber so will das Edel-Talk-Team nicht, dass es aussieht. Kurze Frage, würdet ihr sagen, Nutri-Score-D ist jetzt vom Ding her mega gut? Vor allem, weißt du, was Nutri-Score eigentlich heißt? Naja, wie gesund es ist, oder? Genau, das denken alle. Das stimmt aber nicht. Weißt du was? Der Nutri-Score ist nämlich noch schlimmer, als du denkst. Man denkt jetzt, ein Lebkuchenhaus ist also von A sehr gesund bis E sehr ungesund, ist es auf einer D, right? Aber Nutri-Score bedeutet, im Vergleich zu den Produkten, zu den gleichen Produkten anderer Hersteller, ist also sozusagen unter allen Lebkuchenhäusern vergleichbar, ist das eine D. Nein, nein, nein. Doch, das ist so. Und das ist crazy. Und jetzt müsst ihr Nutri-Score mit anderen Augen sehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo, irgendwas zum Beispiel mit Süßigkeiten oder Chips oder so, und es hat ein D oder eine E, dann heißt das, im Vergleich zu anderen Nacho-Käse ist das eine E. Ja, aber dann würde es ja auch eine Nacho-Käse in A geben und da würde Nutri-Score A draufstehen und das hat man nie gesehen. Das gibt's, aber das findest du halt dann wahrscheinlich bei Alnatura in der Bio-Abteilung oder so. Ah, okay. Ich glaube halt so, aber das ist crazy. Also hier sind wir schon mal klassisch mit einer D unterwegs, oder? Herzlich willkommen zurück zu Verrückte Biologie-Facts mit Dominik Reitzmann. Yeah. Okay, dann lass uns mal anfangen. Ich glaube, wir müssen erst diese Wichse anrühren, ne? Gibt's da eine Anleitung oder so dafür? Ah, hier. Äh, äh, 150 bis 200 Gramm Puderzucker brauchen wir. Okay. Ja, wir eyeballen das, oder? Wir haben jetzt keine Waage, aber scheiß drauf. Einfach, wir machen das schon irgendwie. Was? Ist das hier Puderzucker oder es sieht aus wie Koks oder so? Nein, ich hab Puderzucker. Bro. Was denn? Weißt du, was ich grad lese? Was denn? Fruktose. Fruktose-Zucker. Warum hast du das gekauft, Tim? Was ist das? Ach, das für morgen. Wirklich? Warum liegt das bei den Backzutaten, dieses Medikament hier irgendwie? Oder wir hätten beinahe ein Medikament mit reingebacken. What the fuck? What the fuck, bro? Du hast noch drei Seldex mit reingemacht ins Lebenkuchenhaus. Ich muss sagen, Lebkuchen schmeckt mir doch echt geil irgendwie. Wie viel ist da drin in dem... Ey Leute, ich fühle mich irgendwie so taub nach dem Lebenkuchenhaus. Wie viel ist da drin in dem Wixbeutel? Also wir haben hier 250 Gramm. Wir brauchen wie viel? 150? Bis 200. Ja, mach ich die ganze Packung. Also mach einfach mal zwei Drittel. Mach die ganze Packung, oder? Ja. Mein Gott, was soll der Geiz? Okay, ich mach nicht die ganze Packung. Schon echt viel. So. Okay, was jetzt? Okay. Jetzt brauchen, müssen wir Eiweiß zu steifem Schnee schlagen. Oh, das hätten wir, glaube ich, machen sollen, bevor wir es reinrühren. Aber die Anleitung hat es uns falschrum gesagt. Was jetzt? Ja, lass einfach das... Jetzt müssen wir einfach Eiweiß da reinmachen und das steif schlagen. Ja, wird schon. Gib mir mal so ein Ei rüber. Ah, hier ist eins. Ja. Knall das mal rein. Ach, wir brauchen nur das Eiweiß. Ja, ja. Oh, jetzt kannst du mal deine Skills zeigen. Dominik muss jetzt gelb von Weiß trennen. Das ist doch Public Skill, oder? Ja, normal. Hin und her juggeln. Public Skillset. Ich fack manchmal immer noch ab, dass ich eine Schale mit in mein Ei mache. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Spiegelei mache oder so. Aber das ist normal. Ja, das ist normal. Es passiert jetzt nicht bei jedem, aber ich sag mal so, ich esse ziemlich oft Spiegelei. Also, wenn ich selber koche, eigentlich jeden Tag vier Stück. Und für die Proteins, für die Gains. Für Colosserin. Und, also ich sag mal so, jedes zehnte Ei bei mir hat nochmal so eine fette Schale mit drin. Aber das ist eine ganz gute Quote eigentlich, oder? Das ist easy, man muss nur wissen, also... Genau, und damit, genau, Trick 17, mit der Schale reingehen, um das rauszulöffeln. Weil mit so der Hand, da glippt das weg. Aber mit der Schale, da ist das irgendwie magnetisch oder so. Ja. Okay, Leute, es wird Zeit, dass wir mal einen Experten hier einladen. Ich weiß nicht, ob es magnetisch ist. Wenn du Eier hast, dann isst du das Gelb. Was? Isst du das Eigelb. Wenn ich Eier hasse? Nein, wenn du Eier hast. Ach so. Ach so. Ich hab den Satz gerade gar nicht verstanden, weil ich dachte, ich hab ja gerade ein Ei. Und dann sagt er, wenn du Eier hast, isst du das Gelb. Und ich dachte, ist das eine Frage, allgemein, ob ich Ei-Gab esse? Alter, dann checkst du auf wie vielen Ebenen man das sehen kann. Wenn du Eier hasst, also Eier, die Hoden, wenn du Eier hasst, du hast gerade ein Ei, oder wenn du Eier hasst, wenn du sie nicht magst. Ja. Und wahrscheinlich noch mehr sogar. Digga, what the fuck. Nee, ich mach das nicht, weil ich hab keine Lust auf Salmonellen gerade. Okay, morgen aber. Morgen jetzt aber dann mehr Bock. Morgen wäre ein typischer Salmonellen-Tag. Okay, dann gehen wir mal die Quirl. Ich bin jetzt hier der Quirler. Das heißt nicht Quirler. Natürlich ist es Quirl. Sag den richtigen Namen dazu, sonst kriegst du es nicht. Ich bin der Quirl-Meister. Das stimmt, aber wie heißt das? Ich bin der Quirl-O-Nobe. Schneebesen. Nein, das ist ein Quirl. Wie heißt das? Also ich kenn beides. Ja, dann sag doch das Richtige, was ich hören will. Ja, aber Quirl. Okay, weißt du, was du jetzt machen musst? Du musst jetzt deine Wichshand aktivieren, Bro. Weil wir brauchen daraus, also du musst das actually steif schlagen, gell? Also mit Gas. Bruder, das sieht so geisteskrank aus, wie so sechs Wochen nicht abgemolken, Alter. Und dann schön die Jauche hier abgesaugt. Ich glaub, wir haben richtig verkackt. Ja, ich glaub auch. Weil das Ei ist ja nur für 150 Gramm Zucker, aber du hast ja jetzt das Doppelte reingemacht oder so. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht brauchen wir noch ein Ei. Nee, 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 ich hab auch 150 reingemacht. Du hast die ganze Tüte noch reingemacht. Boah, irgendwie riecht das giftig. Kannst du was riechen? Boah, das riecht richtig, das riecht aus wie, das riecht wie so irgendwas, mit dem man so ein Haus baut. Alter, Nadja, das riecht wirklich. Als würde man so ein Haus bauen damit. Boah, das riecht, als hätte man wirklich ganz oft in das selbe Taschentuch gewixt. Digga, das riecht disgusting. Nee, oder weißt du, wie das riecht, Bro? For real jetzt gerade. Ganz kurz, nee, 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 bevor du weitererzählst. Nein, nein, nein. Woher weißt du, wie es riecht, wenn man ganz oft in das selbe Taschentuch winkt? Ich habe in Fliepe zusammen gewohnt in einem Haus. Oder warum halten wir gerade Händchen? Um, dass sich das so innehältst. Okay. Das riecht Real Talk wie so Kleister von Tapeten, wenn man Tapeten macht. Ja. Kennst du das? Ja, Mann. Hast du sowas schon mal selber gemacht in deinem Leben? Ja, mehrmals. Aber ich finde, Tapeten an die Wand bringen ist die größte, arschgefickte Scheiße. Das stimmt, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn du eine hast, brauchst du eine fertig, dann musst du so die nächste machen. Das ist die schwerste Scheiße. Oder wenn die so ein Muster haben, weißt du? Wenn du dann so das ableihen musst, ist crazy. Ey, ich sage ehrlich, sieht aber solid aus. Guck mal, das ist wirklich so eine Zuckerguss-mäßige Nummer. Mach mal noch ein bisschen. Du musst jetzt mal mit Gas. Du musst das schaumig schlagen, Bro. Weißt du, wie, 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 ähm... Warte, ich gebe euch ein bisschen Soundkulisse. Wie kann man das vergleichen? Du meine A-S-M-R-Frau, ne? Wie wenn man, wie wenn man so... Bei was schlägt man denn Eiweiß schaumig? Nicht Schlagsahne, ne? Das ist was anderes. Aber denk jetzt, es wäre Schlagsahne, Bro. Okay? Okay, wir sind kurz fünf Sekunden still und genießen einfach das Geräusch. Boah, krass. Das wird richtig geil gerade. Ja, mehr geht nicht. Das muss reichen. Das muss reichen. Anders geht's nicht. Ich sage ehrlich, das reicht auch. Also das Problem ist, man muss halt... Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber erst das Eiweiß schlagen und dann den Zucker reinmachen und nicht so, wie wir es gemacht haben. Ne, ich weiß das auch nicht, deswegen habe ich die Packung gelesen und die hat es falsch gesagt. Ah, okay, das ist die Packung schuld, ja. Scheiß auf diese Kacke. Ich glaube aber, es sollte trotzdem funktionieren. Ich meine, es klebt halt. Es muss ja nur kleben. Es muss nur kleben, genau. Jetzt füllen wir das Ganze in so einen Beutel. Hast du so einen Wix-Beutel? Ja, hier so einen Gefrierbeutel, warte. Ah, geil, wir machen das mit so einer Spritztüte. Ja, und dann machen wir da so... Ja, das ist smart. Ich hätte das jetzt einfach so raufgemacht mit Löffel oder so. Die Frage ist, kommt die Schlonze hier raus? Boah. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwer hört, der das wirklich fühlt oder ob ich der einzige Mensch auf dem Planeten bin, der das so sieht. Okay, das ist unser Schild im Hintergrund gerade abfallen. Mordanschlag, Mordanschlag. Ihr kennt doch diese... Ihr kennt doch diese... Oh Gott. Wie angestrengt von deinem eigenen Leben bist du gerade? Nee. Ihr kennt doch diese... Ach, mein Gott, guck mal, sie wieder reden heute. Nein, 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 pass auf, was... Mann, Digga, mit dem Maul. Ihr kennt doch diese... Ihr kennt doch diese Frischhaltefolie, oder? Mann, du, mein Sohn, Alter. Leute, ich kenne schon wieder eine Geschichte. Na gut, komm, let's go. Komm, Kevin, einmal schaffen wir es noch. Ihr kennt doch diese... Oh, Mann, du Bastard, Alter. Ihr kennt doch diese Frischhaltefolie, ne? Und die kommt doch immer in dieser Packung, die dann so einen Zickzack hat, dass man es direkt abreißen kann. Digga, das funktioniert bei mir nie. Die haben immer so eine Säge noch dran, sag ich mal. Ich kenne das von Alufolie. Bei dieser Frischhaltefolie mag ich das immer mit Schere. Bro, mich fuckt das so krank ab. Das funktioniert nie. Das hat noch nie funktioniert. Ich reiß da immer die halbe Packung raus, Digga. Mich fuckt das so krank ab. Ich nehme immer die Rolle raus und reiße es selber ab, weil es mich so böse abfuckt. Aber Frischhaltefolie ist impossible zu machen. Die klebt dann immer an sich selber. Ja, aber eigentlich Frischhaltefolie ist echt OP Folie, aber muss man sagen. Ja. Alufolie auch nicht so gesund, ne? Wusstest du das? Nee. Man soll das nicht an so Lebensmittel dran machen, wenn man die isst noch und so. Wirklich? Ja. Okay. Ich habe meine komplette Kindheit, glaube ich, in der Alufolie mein Essen bekommen. Ja. Oh nee, meine Mama hat mir so, es gab so Papptüten. Ja, die hatte ich auch immer. Die man vielleicht auch so, also bei uns in Köln hier gibt es so, so viele Bäckerketten haben so Stullen, also so, wie sagt man das, so geschmierte Brote, sag ich mal. Schmierte Brote, ja. Die in so Pappdingern kommen, vielleicht geht das da her, ich weiß nicht. Aber so. Ja, so typische Brottüten, so Brotzeittüten, so Feschbottüten. Ja, genau, genau. Ja. Das war aber auch verheerend bei mir, weil ich habe ja, ihr kennt ja die Storys, ich habe das ja nie gegessen, was meine Mama mitgegeben hat. Oh, Dominik hat das weggeworfen. Und dann hat das immer halt, nee, ich habe es ja erst nach so Monaten weggeworfen und dann hat es immer in dieser Tüte so gegammelt. Da wäre mir so Alufolie lieber gewesen. Bro, das sieht wirklich aus wie so ein riesiges Kondom hier gerade, ne? Meinst du, ein Elefant hat so viel Sperma, wenn er wichst? Ja, hat ein Elefant nicht irgendwie vier Liter oder so? Bro. Wenn er wichst. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Elefant wichst. Digga, aber du musst es in einer Ecke so machen, ne? Ja, ja. Ich habe gerade einen Gedanken, den ich glaube ich noch nie vorher so durchgeüberlegt habe. Ich glaube, Storffmänner. Was? Nee. Storffmänner. Ja, wäre ja nicht schlimm, wenn es wäre. Nein, wäre nicht schlimm. So mache ich das nicht. Weil du es gerade so Witz benutzt hast. Das finde ich ein bisschen unpassend. Ich denke, das stellt man ja nicht auf einmal fest mit 28. Deswegen falle ich den Gedanken. Ey, Richard, vielleicht machen das Action, meinst du? Nee, ich glaube, Leute, die mit 28 oder später, also ich kann das jetzt... Schwul sind die faken das, oder was sagst du? Nein. Aber ich glaube, die waren das schon immer, aber wurden zum Beispiel so erzogen oder so, dass sie das halt unterdrückt haben. Oder waren in einem Umkreis, wo die das unterdrücken mussten oder unterdrückt haben. Ich check. Nee, aber gibt es irgendein, außer dem Mensch, irgendein anderes Tier, was selbst sich befriedigt? Also was wichst, auf Deutsch gesagt? Affen? Meinst du? Hat man schon mal... Bro, wenn es wichst in der Affen gäbe, hätte ich das GIF schon gesehen, Bro. Und Kevin auch. Ja, das... Das hätten Leute schon... Das klingt zu krass nach... Ja, das klingt zu krass nach verborgene Antworten auf Twitter. Kennt ihr die? Oh Gott, dann steck die bitte nicht auf. Wo man so oben draufklicken muss, dass das sich dann... Es gibt so, du kannst so oben auf die drei Punkte klicken und dann so hidden, hidden, halt, also, ne? Also hidden messages oder so. Und dann sind da immer so abgefuckte Sachen, Bro. Da sind dann immer so diese, so bei diesen großen Twitter-Arzten, die so irgendeine Scheiße immer tweeten, sind dann auch immer so bei diesen hidden Messages, da sind immer so diese Bowling-GIFs, wo dann so auf einmal diese Pins die Kugel ficken und so. Kennst du das? Hm, glaub nicht. Okay, dann ist das jetzt weird. Okay, es gibt so ein... Okay, dann muss ich das jetzt kurz aufklären, weil sonst ist es wirklich noch mehr weird. Es gibt auf Twitter manchmal so Videos, die rumgehen. Ihr kennt doch diese Bowling-Animation, oder? Ja, ja, diese aus den 90ern, so. Diese ganz normalen, wo man dann so, keine Ahnung, das ist dann so irgendwie... Man bowlt, hat einen Strike und dann steht da so, du hast... Keine Ahnung, dann fliegt da irgendwie so ein Heli weg oder irgendeine Animation passiert halt. Und es gibt jetzt da halt eine, da wirft halt auch jemand einen Strike. Strike, die Pins und die Kugel fallen runter in so eine Höhle, in so ein Loch da hinten runter. Und dann ficken die. Und dann ficken diese Pins, holen ihren Schwanz raus und ficken diese... Aber wie genau sind die animiert dann so? Haben die so richtig dann auch auf einmal Körper und Gesichter und so? Nee, die haben einfach nur so Gesichter, aber ansonsten sind das Pins. Bruder, wie genau willst du es wissen gerade? What the fuck? Nee, mich interessiert das auf jeden Fall. Wie schalte ich das frei? Kann ich dir nachher zeigen einmal? Okay. Okay, dann schneid mal hier die Ecke ab, wir spritzen jetzt hier rein. Oh, mir fällt gerade eine Story ein, das glaube ich, Delfine können, glaube ich, wichsen. Die benutzen, da gab es doch irgendwie so ein Ding, dass die so Kugelfische benutzen, um zu wichsen. Ich glaube gar nicht so lustig. Nee, um heizen zu werden, Bro. Na, ich glaube, die... Das ist eigentlich gar nicht so witzig. Ich glaube, die benutzen die auch zu wichsen. Ich mach mal ein kleines Loch. Ja. Okay, ich mach mal einen Tester. Ja. Mach mal für die erste Wand. Ja, ich weiß nicht, ist das zu wenig? Kannst du vielleicht, guck mal, kannst du noch so von innen noch mal so dagegen? Ja, ja. Dagegen, sag ich mal, zementieren. Ganz in die Ecke rein, ja, genau so. Schön mit der Hand, ja. Bro, da kannst du mich, wenn ich so weiße Soße hier reinspritze, nicht mich anfassen noch. Irgendwie ist das so ein Traum von mir, dass wir mal zusammenficken oder so. Ein dicker Ohr, der Fall. Hey, sorry, sorry. So, jetzt andere Seite, dreh mal. Kevin, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Für die Folge gibt es keinen grimme Preis mehr. Scheiße. Ich glaube, da müssen wir nächste Folge noch probieren. Ja, ich glaube, außen brauchst du ja nicht so viel, Bro. Bro, ich finde, Preise sind irgendwie so goofy. Der einzige Preis, der mich wirklich gejuckt hat, war der ... Das sind die Domus. Die Domus und das beste Twitch-Duo mit Basti von den Stream Awards. Und natürlich das, was ich auf der Bühne da announced habe bei den Videodays, was auch immer das war. Bro, guck mal, der verfickte Award war so relevant für uns beide, dass ich nicht mehr weiß, was es überhaupt war. Ich glaube, bester Streamer oder so. Aber man muss auch sagen, es war auch schwer zu folgen, weil die Videodays damals hatten auch keinen Ton. Aber es war deswegen wichtig, weil ich es gemacht habe. Das musst du jetzt bitte einmal sagen. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, ich war bei den Videodays für einen Award nominiert und die hatten bei ihrem Stream, hatten die einfach keinen Sound. Und Dominik musste über Discord mit mir telefonieren und es übertragen. Da saß ich wie so ein Vater, der beim Fußballspiel zuguckt. Beim Fussi? Beim Fussi. Bei einem schönen Fussi-Zock. Also, Bro, irgendwie ist unser Haus jetzt schon scheiße, Mann. Es sieht so beschissen aus. Bro, sollen wir es nicht mal trocknen lassen? Bruder, weißt du, wie lange das trocknet? Einen Tag oder so? Tüch, Digga, was? Ich schwöre bei Gott sogar. Bruder, halt das mal. Ja, aber wir müssen doch jetzt die Tür machen. Ja, hier, dann gebe ich drüber. Das Ding ist, die Tür muss eigentlich innen sein. Das schaffen wir nicht mehr. Wo ist das Loch in diesem Sack? Mann, Digga, wir machen so ein Fertighaus und verkacken es trotzdem. Das ist so Opfer. Kennst du diese Videos, wo Leute so ein Haus bauen, aber das ist so ein Drucker, so ein Zementdrucker? Der druckt so das Haus mäßig. Kennst du das? Jetzt ein echtes Haus oder ein Lebkuchenhaus? Nee, for real. Da ist so eine Riesenmaschine und die fährt dann quasi so immer diese Formen am Boden ab und macht immer so ein Zentimeter Beton. Also du meinst quasi wie so eine Art 3D-Drucker mit Beton? Genau, mit Beton für Häuser. Und in real life? Ja, und die machen so komplette Häuser und so. Das ist voll crazy. Nee, das kann ich noch nicht. Das Einzige, was ich irgendwann mal gesehen habe, ist, dass so Häuser irgendwo gefertigt werden in der Halle und dann werden die so zu dem Ort gebracht und dann kann man die innerhalb von so einem halben Tag aufbauen. So Fertighäuser, ja. Auch wild. Das finde ich auch crazy. Auch wild. Sollten die Amerikaner mal sich anschauen, so ein YouTube-Video von uns, wie wir das machen hier in Deutschland. Deutsche Werderbeizung, ich sage da. So ist es. How to build a house without Pappe. How to build a house that you can actually punch the wall. Wandeinsturz. Oh mein Gott. Ey, scheiße. Bro, das hält nicht, Mann. Wir sind gebumst. Ich glaube, nach diesem Auftrag werden wir nie wieder einen Architektenjob bekommen. Scheiße, Mann. Da habe ich echt drauf gehofft. Mann, Bro, wir haben hier nicht mehr mehr Platz für die nächste Wand. Was ist denn das? Hä? Digga, das passt hier nicht mehr mehr hin. Ja, dann ist das Fehler von Dr. Oetke. Digga, wie sch... Oh mein Gott, wir haben das vom Winkel her... Guck mal, wir hätten das so machen müssen. Haben wir? Wir haben das... Das ist... Der Untergrund ist nicht quadratisch. Der ist rechteckig. Und wir haben es falsch drauf gebaut. No way. Bro, wir können auch sagen, das Haus hat hinten eine Glasfassade. Ja. Das ist... Ja. Das ist offen hinten. Wir können auch so ein Dach hier drauf bauen. Schau mal so. Yo. Nein, das fliegt so nach vorne, weißt du? Spoiler! Das hat einen Spoiler. Okay, komm, wir machen einen Spoiler dran. Nein, nein, lass so rum. Nein, nein, Spoiler. Ja? Okay. Dann musst du richtig viel hier vorne an die Ecke machen. Warte, warte. Wo ist das Loch hier? Hier so? Mhm. Kleister mal richtig voll die Scheiße. Ja, das reicht. So, ich halte es jetzt. Hältst du das, bis es trocknet? Ja. Ich mache hier vorne dieses Loch zu. Ey, Bro, ich glaube, ich wurde krass gescammed gestern, ne? Von was? Von meinem Friseur. Ja, sieht man. Ich wollte es jetzt nicht ansprechen, aber... Nee, ich habe... Der Spoiler ist... Bruder, ich halte das jetzt fest. Zehn Sekunden später. Ich habe viel zu viel Geld ausgegeben, Bro. Real talk. Ich war fünf Stunden da, die haben meine Haare gefärbt. Ich habe so einen neuen Friseur ausprobiert. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Also, es ist immer noch ein bisschen fleckig, aber... Du hast halt so zwei verschiedene Farbtöne da am Start, ne? Bro, ich weiß nicht, wie die das immer noch nicht hinbekommen. Ich glaube, es ist übelst schwer. Ich glaube, das Problem ist, dass du so lange Abstände hast. Ich glaube, wenn man die langen Abstände hat, kriegen die das irgendwie nicht hin. Ja, das hat Tim auch gesagt. Auf jeden Fall, ich war fünf Stunden da. Okay, die haben meine Haare gefärbt. Ich bin eigentlich auch ziemlich zufrieden. Der Friseur, alle Leute waren mega nett. Alles war cool. Teuer? War es sehr teuer? Bro, es war insane teuer. 200 Euro? Ich dachte so, also pass auf, das wusste ich nicht, aber Tim hat für mich den Termin gemacht. Er musste 80 Euro anzahlen schon mal. Was? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Bro, du hast ein Auto gekauft. Das gibt es so bei so Bonzenfriseuren. Und ich wollte halt mal so einen etwas krasseren ausprobieren, damit endlich meine Haare mal was werden. Anzahlung. Und jetzt, pass auf, halte ich fest, was ich jetzt erwartet habe, was auch schon insane viel Geld ist. 240 Euro, dachte ich, kommt jetzt insgesamt. Ja, das hätte ich... Bruder, ich dachte, 200 Euro, mehr wird es nicht. Und das Ding ist halt, also, man muss sagen, mit Färben, ich war wirklich fünf Stunden da, 200 Euro ist schon, das ist schon sehr viel Geld für den Friseurbesuch, ist aber jetzt auch nicht mega außerhalb der Norm, gerade mal, wenn man mal mit Mädels die lange Haare haben und sich färben lassen und so, Bro, die gehen da immer mit ihren 400 Euro raus oder so, Bro. Ja, aber da machen die doch auch mehr, oder? Ich habe das Gefühl, bei dir ist ja voll wenig Haar und die meiste Zeit sitzt du nur und wartest, bis das eine Blöcke, oder? Ja, 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 schon. Aber die scammen da schon mal. Ja, ich dachte so, ich dachte so 240 Euro, Bruder, dann sagte ich so, ja, sie haben ja schon 80 Euro angezahlt, das macht dann weitere 320 Euro. Digga, ich habe 400 Euro gestern für meinen Friseurbesuch bezahlt. Niemals. Doch. Für das? Ja, I don't know. Na, sieht nicht schlecht aus, Bro, for real so, aber gerade, wenn man so sitzt und reinguckt, ist das schon echt doll zweifahren. Ja, ich muss mal ausprobieren, das Ding ist halt, man muss halt sagen, der letzte Friseurbesuch von mir war halt, ist jetzt zwei Monate her, ich werde mal, ich werde mal vielleicht, also ich glaube, die haben schon Skill gehabt, Real Talk, ich glaube nicht, dass es an denen lag. Ja. Aber haben die das aufgegriffen, dazu haben die gesagt, so, dass das Ergebnis, sie sehen ja bestimmt, das ist ein bisschen fleckig, aber es geht nicht besser, oder haben die es verschwiegen? Nee, nee, wir haben zweimal blondieren müssen und dann halt gefärbt. Ich weiß nicht, das Problem war, glaube ich, die hätten wahrscheinlich meine Spitzen auch nochmal blondieren müssen, aber das Problem ist, dann fickt es die Haare komplett, ich glaube, das ist das Ding. Okay. Also, es ist, glaube ich, so, dass, also die haben halt nur das Innere, also mein Ansatz war so 10 Zentimeter rausgelassen. Ja, der war riesig. Und den haben die halt blondiert und meine Spitzen halt, haben die so gelassen und nur nochmal gefärbt. Ja. Das heißt, es war diese Färbe und der Gelbton von vorher. Ich glaube, wenn ich jetzt dreimal zu dem gehe, dann ist der Circle einmal komplett und ich habe die genauselbe Farbe. Okay. Also, ich glaube, ich darf einfach nicht bei jedem Mal Färben zu dem anderen gehen, sondern ich muss jedes Mal zum selben gehen, dass er jedes Mal dieselbe Mischung und dieselben Produkte nimmt. Okay, das wäre die Idee, ja. Also, nächstes Mal nicht einen neuen abchecken. Ja, aber basically bin ich jetzt gezwungen dazu, die nächsten zwei Male Färben zu dem 400-Euro-Friseur zu gehen. Und tendenziell wird es noch teurer. Der schlägt vielleicht irgendwann, nächstes Jahr sagt der, hey, hör zu, Mehrwertsteuer ist noch umgegangen, Inflation sind jetzt 410 Euro. Und wenn du dann noch ein Cappuccino willst, dann rechne ich dir das noch oben drauf. Nee, nee, das war alles umsonst. Bist du jemand, der da immer süffelt bei so einem Friseur? Ja, ja. Ich sage immer, nein, ich will nicht. Ich habe mir einen Tee geben lassen, ich habe mir ein Wasser geben lassen, ich habe mir meine Augenbrauen noch machen lassen. Dann, Bruder, die hatten, weil Mittwoch war, kam dickes Catering, die haben mir noch eine kleine Bowl gegeben. Hä? Ich habe so eine kleine Reisbowl dann noch. Was hat das mit Mittwoch zu tun? Weiß ich nicht, die haben Mittwoch, die meinten so, Mittwoch sind immer mehr Leute da. Ja. Also Mitarbeiter quasi und auch mehr Kunden. Und dann macht der Chef so, gibt so eine Runde Essen aus für alle. Aber süß eigentlich von dir. Und bestellt so bei so einem Caterer so vegane Bowls und die waren übelst geil, Digga. Dann habe ich noch einen veganen, es war ein Nikolos. Stimmt. Ich habe einen veganen, so einen Schoko-Weihnachtsmann bekommen. Vegan, aber an so einem Stiel. Mhm. Checkst du? Bruder, ich sage, du hast da gelebt mit denen. Bruder, ich habe gelebt wie ein Köln. Ich habe das Gefühl, du warst eins vor, dass du da noch arbeitest. Dann, 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 die, die mich als erstes quasi frisiert hat, whatever, die musste dann irgendwann gehen, ihr Kind irgendwie aus dem Kindergarten abholen oder so. Oh, du warst so lange da, dass schon das Personal gewechselt hat? Ja, 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 ja. Ich war fünf Stunden lang. Und dann, und dann, die eine musste reinhauen und dann hatten die andere weitergemacht. Dann meinte die so, ja, wie lange hat es denn beim letzten Mal gedauert, als du hier warst? Und dann meinte ich so, ja, ich war noch nie hier. Ich bin Friseur-Hopper, kennen Sie das? Ich gehe jedes Mal zu jemand anders. Ich war da so, ja, ich war noch nie hier. Und dann meinte ich so, ja, irgendwie, also irgendwie kam es mir bekannt vor, deswegen dachte ich, naja, keine Ahnung. Oh nein. So, und dann habe ich halt auch unangenehm, aber es war, also es klingt, nein, 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 es klingt jetzt mega unangenehm, aber in dem Moment war es nicht unangenehm, in meiner Opinion. Ich meinte so, ja, ist ein bisschen jetzt unangenehm, aber ich mache halt so YouTube und Twitch. Ich habe mit der vorher schon die ganze Zeit gelabert, das war jetzt nicht mega weird. Aber warum, ja? Es hat gepasst, alle Situationen. Okay. Ich glaube es dir, wir glauben es dir, Bro. Ja, real toll. All right, all right. Und dann, das ist gar nicht die Story, die ich erzählen will. Ich fand, also das war auch so eine Junge, die war genauso alt wie ich vielleicht, vielleicht jünger sogar. Die war sehr chillig, auf jeden Fall. Vielleicht noch jünger als du, Bro? Man, halt, wenn der Ball jetzt... Vielleicht, sie war ja 14 oder was? Man, halt, wenn der Ball jetzt... Fuck, so jung wie du bist. Und ich meinte halt so, ich meinte halt so, ja, ich mache halt so YouTube und Twitch und so. Und dann meinte, war ihre erste Reaction nicht so, ah ja, okay, ja, irgendwie von Platte oder so. Die kannte mich, glaube ich, gar nicht so richtig. Die meinte, ihre erste Reaction war, ey, du machst aber nicht Videos mit diesem Basti, oder? Ah, was? Bro. Basti-Fan, girl? Ja, nee, nee. Die hat erzählt, die muss jeden Abend, muss sie mit ihrem Freund Basti-Ger-G-Videos gucken und Streams. Und sie schläft immer ein dabei und er guckt dann weiter. Und sie meinte aber, sie fight die Challenges und so. Das ist was Verrücktes, was ich jemals gehört habe. Ja, fand ich funny. Ich würde jetzt nie denken, dass es so Couples gibt, die jetzt wirklich so sagen, jeden Abend ist jetzt irgendwie so Basti-Time. Oder auch Kevin oder Dominik oder whatever, Mickey. Aber ich gucke auch, also bei uns ist es auch so, ich gucke auch richtig oft, also bei uns ist genau das gleiche Szenario, dass wir haben zum Beispiel irgendwie eine Serie geguckt und dann, ich bin noch nicht müde, Marsha schon, dann sage ich so, ja, ich würde noch ein Video gucken, dann mache ich mir ein Basti-Video an, sie guckt noch ein bisschen mit, pennt dann ein, ich gucke weiter. Also auf der Couch dann, oder was? Nee, im Bett. Ah ja, okay, gut, das ist, okay, okay, check. Ich habe jetzt einen Kopf, so man sitzt auf der Couch. Ja, ich verstehe, was du meinst. Auf der Couch ist es so anders. Das ist so ein aktiveres Gucken. Das wäre komisch so, weil dann würde auch Julia dann sagen, ey, lass doch lieber was gucken, was wir jetzt beide 100% feiern, wenn wir die Zeit gerade so verbringen. Willst du mir sagen, Julia feiert nicht zu 100% Basti-Giagie? Ja doch, Basti schon, aber jetzt bei deinem Stream. Fucking Red Flag. Doch, doch, die sagt immer, können wir bitte Basti schauen? Sag ich, nein, ich will nicht. Nee, aber das war nicht funny, das war nicht funny, aber ich glaube, ich wurde trotzdem krass gerippt. Aber es war, also Real Talk, ich glaube, besser als da werde ich es nicht bekommen. Also Real Talk, ich glaube, es lag nicht an denen, sage ich, dass meine Haare immer noch ein bisschen fleckig sind. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach... Willst du einen Shoutout machen, wie die heißen? Vielleicht kriegst du ein paar Prozent off nächstes Mal oder so? Nee, ne, will ich nicht. Ey, aber ich will einen Shoutout machen, Bro. Für was? An Schuhe, Schuhe. Oh, die haben ja neue Mikrofone. Die haben uns nämlich hier gesagt, ey, die Jungs vom Edeltalk, die rocken hier schon immer die Schuhe-Mikros, denen schicken wir mal die zwei neuen zu. Ja, weil wir mussten immer, wenn wir vorher Gäste hatten, mussten wir immer so unsere von zu Hause mitnehmen, weil wir die ja auch zum Stream benutzen. Ja. Und die haben uns die Schuhe SM7 DB geschickt. Das ist so eine neue Version von dem Schuhe SM7B. Was man kennt, was einfach ein bisschen lauter ist. Für die Leute, die das schon mal benutzt haben, wissen, was ich meine. Ja. Die sind immer mega leise vorher gewesen. Und dann brauchte man so einen Vorverstärker am besten noch. Genau. Sonst ging das gar nicht. Und mit denen kann man es direkt machen. Da ist alles eingebaut. Wir haben alles mit eingebaut. Könnt ihr hinten alles einschalten. Bip, bip, bup, bup. Es sind viele Schalterknöpfe. Ey, das macht unser Leben leichter. Vielen, vielen Dank. Digger Kuss an Schuhe, Mann. Vielen Dank. Wirklich sehr gerne. Das ist schon mal ein schönes frühes Weihnachtsgeschenk. Ja, real talk, real talk. Ey, wollen wir noch ein bisschen dekorieren hier den Wichser, Bro? Ja, lass das machen. Ich würde sagen, du nimmst mal die Deko raus. Ich nehme den Spritzbeutel. Und dann dekorieren wir mal hier noch die Smarties und so drauf. Ich lasse das mal noch oben liegen, dass der Spoiler noch gut hält. Lass mal hier mit der Seite anfangen, würde ich sagen. Wir fangen mal mit der hier an. Okay, das ist schwierig, wie wir das drehen. So. Ey, Bro, weißt du, was mich verstört? Ich kann mir verschiedene Sachen vorstellen, aber sag. Ich habe letztens bei der Freundin von Sascha Huber, Paulina, habe ich gesehen, das habe ich schon mal irgendwann in der Vergangenheit gesehen, aber da ist es mir wieder bewusst geworden. Bro, es gibt in Österreich diese Krampus-Dinger. Kennst du das? Ja, das gibt es. Das ist so ein Brauch in Österreich. Da gehen die hin und da kommen dann so drei, vier, vielleicht auch mehr so Leute oder Männer, ich weiß nicht, ob es immer Männer sind, mit so einer Verkleidung, die mega spooky aussieht. Ja, die sehen aus wie so Teufel oder so, so Dämonen oder so, ja. Und die kommen so rein und peitschen irgendwelche Leute aus und es ist teilweise auf dem Land auch so, also auf dem Dorf, dass die auch Kinder mit ins Auto zerren und so. Bruder, what the fuck, Digga, das ist aber wirklich Kindheitstrauma 101. What the fuck, was geht da ab in Österreich, Mann? Ich weiß nicht, Bro, das ist so ein, es gibt, glaube ich, ich will keine Scheiße ziehen, aber ich glaube, im Schwarzwald gibt es auch so was ähnliches, aber ich glaube, die ziehen keine Kinder in Autos rein. Aber was es bei uns im Süden immer gab, also da, wo ich aufgewachsen bin, in der Ecke, es gab immer so an Fasnacht, also was ja so ähnlich ist, das darf, Digga, jetzt kommen Hate-Kommentare, aber was ja so mäßig ähnlich ist wie Karneval, right? Karneval gibt es ja nicht überall, sagt man nicht überall. Ja. Und bei uns gibt es so was wie Fasnacht, Bro, und da gibt es auch diese Umzüge. Okay. Und es ist bei uns so richtig ein krasses Ding, dass halt die Leute bei diesen Umzügen, boah, das klingt jetzt, glaube ich, richtig komisch, wenn man es nicht kennt, aber dass die verkleiden sich so als, auch so als so Hexen oder als so Urgeister, Waldgeister, Dämonen, so. Okay, das finde ich aber weniger spooky als, da kommen drei Teufel rein und peitschen nicht aus. Ja, 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 die kommen nicht zu dir nach Hause. Die peitschen richtig aus, also so blaue Flecke-Shit, you know? Ja, das ist krank. Aber da muss ich ja sagen, wer als Eltern das ja zu seinem Kind zulässt, Bro, also da sollte man wirklich mal das Jugendamt vorbeischicken. Ja, real talk. Geisteskrank. Aber ich glaube, das ist in Österreich so fucking normal, Alter. Ich glaube nicht, Bro. Aber kein Wunder. Hast du gerade irgendeinen Sinn, mit dem du das dekorierst? Nö. Ich weiß auch nicht, was das hier sein soll. Das sieht aus wie so eine Scheißwurst. Ich glaube, das ist ein Teddybär, Bro. Ein Teddybär? In welchem Universum? Warte mal, was ist auf der Stadt? Warte. Ich sage, das ist ein Teddybär. Oder es ist ein Schneemann, den wir noch so voll wichsen müssen. Nein, das ist eine Katze oder so. Die schläft hier oben auf dem Dach. Hier vorne. Bro, das ist wirklich das große Kammhaus, Mann. Ja. Das große Wichshaus. Aber bei diesen Umzügen ist es schon auch so, dass dann manchmal diese Hexen und so sich schon mal Leute aus dem Publikum schnappen und die mal irgendwie so, die haben dann so Wägen zum Beispiel dabei. Oh, ich ficken. Dann sperren die die in so einen Wagen ein und dann nehmen die die so einen Kilometer mit und dann lassen die wieder raus oder sowas. Bro, das ist so crazy. Oh, das ist so crazy. Oh, dass die mal hinrennen und dich so erschrecken, ne? Als Kind immer Turbopanik. Weißt du so dieses, dass man irgendwie mitnimmt und ein paar Meter später rauslässt? Das gibt's in Berlin auch. Das nennt sich aber, man kauft Drogen. An eigener Hand nicht erfahren. Ey, ich wirklich. Bro, das freut mich irgendwie ein bisschen. Ich hab einmal in meinem Leben Drogen gekauft und das war mit dir. Äh, ashes. Ich hab noch nie vorher Drogen gekauft. Boah, doch. Ich war mal in der Uni-Zeit damals. In meiner wilden Zeit, ne? Ja, da hast du Ritalin genommen, ne? Aber nicht so oft. Aber ja. Das find ich crazy. Macht das auch nicht, Leute. Dass Leute Drogen nehmen, um sich, oder halt Medikamente nehmen, um sich mehr zu konzentrieren. Also jetzt nicht wegen ADHS, sondern halt wegen Lernen einfach. Wegen Druck und so. Überleg mal was für ein... Also, das ist ja... Also, natürlich ist das nicht smart, wenn man das macht. Aber es ist ja auch dem Druck geschuldet, den so Schule einem macht, Digga. Ja. Und allgemein so... So Unien und so das... Ja, und durch Eltern, Gesellschaft. Ich meine, das ist halt... Klar, ne? Die Eltern wollen das ja... Die meinen es ja auch nicht böse und so. Aber das ist schon crazy, was für einen Druck man teilweise hatte von seinen Eltern auch. Ja, also von meinen Eltern, muss ich sagen, war das gar nicht so krass jetzt. Aber es war halt... Es war allgemein einfach, Bro, das war einfach sehr, sehr hart alles. Und es war halt sehr, sehr viel. Und ich hab jetzt natürlich auch nicht vorbildlich, ich weiß so, über das ganze Semester immer schön jeden Abend die Vorlesungen wiederholt und so. Sondern halt so kurz vorher, zwei Wochen angefangen halt, das zu lernen. Aber ich glaube, so machen es halt die meisten. Und dann war das halt bei so einer wichtigen Prüfung, da ich dachte, fuck, Digga, ich weiß nicht, ich schaff das nicht. Und dann hab ich halt mal... Dann gab es halt einen in der Uni, so ein Guy, der meinte, ja, ich komm da ran und so, wenn du willst und so viel kostet das. Und hat das was gebracht? Es hat wirklich was gebracht, ja. Wie fühlt man sich... Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so... Also, ich will euch nicht anlügen und sagen, da hat nichts gebracht. Ja, du wirst es nicht so promoten. Genau, aber es ist wirklich keine Promotion, weil es ist auch echt gefährlich, wenn man das über zu viel nimmt und so und macht damit keinen Spaß, nimmt das nicht. Das ist einfach nur Scheiße. Bro, allgemein... Aber es war... Hab ich das Gefühl, Leute usen so Medikamente viel zu häufig teilweise, Mann. Also, ich hab's nicht gecheckt, wie man so bei so kleinen Kopfschmerzen sich direkt in die Ibo reinknallt, zum Beispiel. Ja, kommt halt drauf an. Ansonsten, wenn der Arzt dir irgendwas verschreibt, Bro, der wird schon Ahnung haben, so mach ich das jetzt nicht. Also, wenn du jetzt... Nicht Medikamente leugnen. Aber wenn du zum Beispiel jetzt arbeiten musst oder dich konzentrieren musst und hast halt so Kopfschmerzen, dass es halt nicht geht... Ja, okay, das ist was anderes. Nee, 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 das ist was anderes. Aber ich hab manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, die so wirklich, die haben so ganz leichte Kopfschmerzen, knallen sich direkt in die Ibo rein. Aber weißt du, was ich crazy finde? Manchmal hört man so von Leuten, die so sagen, ja, ich hab jetzt ein bisschen eine Erkältung, ich hol mir jetzt Antibiotika ab. Weißt du so? Es gibt Leute, die nehmen für alles dieses Antibiotika, wirklich für alles. So, die nehmen das zwei, dreimal pro Jahr, wo du halt ja sogar weißt... Wird man sich immun dagegen? Ja, genau, du weißt ja, dein Körper baut da halt irgendwann tendenziell halt auch Immunitäten gegen Sachen auf und sowas. Und das ist super schlecht einfach und die Leute fressen das wie so Smarties, Alter. Ich hab irgendwie das Gefühl, Mike kommt gerade runter und will uns gleich irgendwas wieder voll labern. Oh, nee, Mike ist nicht da, zum Glück. Ah, zum Glück. Als meine Schwester und ich so klein waren, als wir so Kinder waren, hat meine Mom echt turbo diesen auf naturmäßigen Heilkunde-Approach genommen. Checkst du? So, wenn man krank war, der Kält war erstmal so ein bisschen Kräutertee, irgendwie so diese Nummer so gemacht. Bei so leichten, ganz leichten Sachen wie so eine Erkältung oder so. Ich glaube, also es ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt hier, was ich sage. Ja. Aber ich glaube schon, dass so so dieses so wie sagt man das ja so so ein Kräutertee, so diese Kräutersachen und so, was du gerade meintest. Ja. Ich glaube, dass die Psyche schon teilweise für sowas echt stark sein kann. 100 Prozent. Und es ist ja auch jetzt nicht, es kann jetzt nicht Krebs heilen auf einmal, aber so ich glaube, ich bin gesagt, ich glaube, dass wie gesagt, bei so ganz, ganz kleinen Sachen, glaube ich, ist das nicht zu unterschätzen. 100 Prozent. Trotzdem natürlich immer zum Arzt gehen. Das hat damit nichts zu tun. Also Bro, wenn wir jetzt reden von so Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, so ihr checkt, so Erkältungssachen, da bringen Kräuter auf jeden Fall was so. Kräutertee oder halt irgendwie, weiß ich nicht, andere sagen. Und das Verrückte ist, wenn du überlegst, die Menschen wussten das ja schon mal alles. Das Wissen hatten wir ja schon mal früher. Es gab ja früher richtig viele so Kräuteratzen, die Hälfte wurde halt dann verbrannt von diesen Menschen im Mittelalter, weil die gesagt haben, dass es Teubelswerke soll. Andere Sachen, die es damals gab, die dann aber falsch waren. Das muss ja nur, weil es das damals schon gab. Nee, aber die heilen der Kraft der Kräuter, Bro, das macht doch, das macht doch, wenn man drüber nachdenkt, übel Sinn. Nee, nee, ich finde das Einzige, was wirklich Sinn macht, und da frage ich mich, warum hatten die das nicht früher? Und zwar eine gute alte Marie-Buchstabensuppe, Digga, weil da ist so viel Salz drin, Bro. Wenn du die isst und du bist krank, Bro, der Körper sagt, heilige Scheiß ist das Salz. Der Körper scheißt alles raus. Digga. Heilig. Bruder, das wird alles weggeätzt und das ist Salzsäure mit Buchstaben drin, ne? Aber ich hab das so geliebt, Bruder, so ne... Was? Oh, ich hab grad das erste Mal deine Deko-Seite angeschaut, Bro. Was ist denn da passiert? Sag immer deine. Nein, das ist auch kein Meisterwerk, aber... Ja, psych übertreibend, das ist jetzt auch nicht so viel heftiger. Doch, sag mal ehrlich. Bro, war da gegen das? Ich bin ja auch noch nicht fertig, chill mal jetzt. Ja, dann mach mal deine Seite weiter. Ey, ich hab tatsächlich, während du arbeitest, hab ich tatsächlich was für dich mitgebracht. Mann, Bruder, das ist jetzt auch so warm, wie so wirklich, wie so ein Kondom, Digga. Das ist disgusting. Ja, steck dir den Arsch. Wenn du es so geil findest. Ich hab dir was mitgebracht, weil die Leute haben letztes Mal extrem gefeiert, diese Top-5-Tierlist-mäßig, als ich die verschiedenen Chris's raten musste, weißt du noch? Und ich dachte, ich bringe jetzt auch mal was mit, aber wir wechseln es mal ein bisschen ab, wir machen es nicht mit Menschen diesmal, sondern ich hab dir fünf Fast-Food-Sachen mitgebracht, die du ranken musst, okay? Okay. Und genau, also es geht von 1 bis 5, es kommen jetzt fünf Sachen und 1 ist quasi das Allergeilste und 5 das Allerschlechteste. Okay? Alright. Ich versuch's ein bisschen so vorzulesen, dass es natürlich für dich auch vielleicht eine gewisse Schwierigkeit sich ergibt. Also, dass du vielleicht dann 1 ist das Beste, 5 ist das Schlechteste. Genau. Wie bei mir auch, ne? So haben wir's gemacht, ja. Okay, wir fangen mal an mit Burger. Boah, da mach ich mich jetzt richtig unbeliebt. Ja, ja, ja. Hab ich extra mitgebracht. Aber ich finde, bis auf ein paar Ausnahmen, es ist aber auch gestiegen in meiner Liste, ich finde, Burger ist nicht so mein Go-To-Fast-Food. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich bevorzuge einfach andere Sachen irgendwie mehr. Okay. Ist aber, seit ich mein Go-To-Burger lang gefunden hab, gestiegen und ich hab einen geilen veganen, ich bin vegetarisch, ne? Aber ich hab einen geilen veganen Chickenburger gefunden, der ist fucking mega krass. Deswegen würde ich mal sagen, drei. Okay, Burger auf die drei. Okay, ich notier sie auch mit. Okay. Und dann haben wir als nächstes Bocki von der Tanke. Oh! Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, also ich bin ja jetzt vegetarisch, aber ich geh jetzt einfach mal davon aus, ich esse noch Fleisch, ich weiß ja noch, wie es schmeckt. Vielleicht auch so eine vegetarische Bocki, Bro, die ist nicht besser von der Tanke. Wir sagen schon die normale. Okay, schön in diesem Köcher, wo dieses Wasser ist und es schimmelt einfach. Bro, ich sag ehrlich, also das ist schon eine Sache, die ich so ein bisschen vermisse. Ja? Fand ich manchmal schon ganz geil. Okay, okay, okay. Ist deine Liste, Bro? Boah, ich sag vier. Ist auf jeden Fall die letzte. Okay, Bocki von der Tanke. Ist vier. Vier. Okay. Dann haben wir jetzt noch die fünf, die eins und die zwei übrig für dich, ne? Döner. Eins. Döner slash Verlaffeltasche. Eins. Döner ist goated, Mann. Alter, Döner ist so geil. auch Falafeldöner. Was meinst du? Sorry, vermisst du da manchmal das fleischige Popper? Ja, ein bisschen schon, aber ich finde Falafeldöner ist auch sehr geil. Bro, also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Döner ist das beste Fast Food, was wir haben in Deutschland. Ja. Ich bin auch so froh, in Berlin aufgewachsen zu sein, wo wir wirklich sehr guten Döner haben, Bro. Das ist absoluter Traum. Ja. Döner ist goat shit. Ich bin auch froh, in Stuttgart aufgewachsen zu sein, wo wir zu den Dönersaucen sagen, rote Soße, weiße Soße, scharfe Soße. Ich glaube, es ist in mehr Orten in Deutschland so, als so, wie es in Berlin ist. Ja, meinst du? Mit Kräuterschaft, Knoblauch, ich glaube schon, ja. Ja, aber die anderen haben dann manchmal so Ananas-Soße oder so. Ja, Curry-Soße. Kokki-Soße. In Aachen gibt es Curry-Soße. Das macht mich bis heute so sauer. Weißt du, was das Ding ist? Die Wahrheit, die uns noch mehr sauer macht, dass es wahrscheinlich sogar lecker schmeckt. Das ist halt das Problem. Es schmeckt wahrscheinlich noch gut und das hassen wir, diesen Fakt. Okay, Döner haben wir auf die 1 gepackt. Dann kommt als nächstes Donut. Boah. Was haben wir noch frei? Die 2 und die 5. Boah, das Ding ist, ich weiß nicht, was du mir jetzt als letztes hier gibst. Ich finde, Donuts sind geil. Ja. Aber ich hole die jetzt nicht so oft, weil oft hast du diese Hipster-Donut-Läden, wo dann so, du hast so einen Donut und dann hast du noch so einen, weiß ich nicht, Digga, einmal den kompletten Süßigkeiten-Store von Rewe nochmal oben drauf. Genau das Thema, ich habe letztens einen Clip gesehen von uns, genau das Thema hatten wir, wo wirklich so Donut, dann hast du noch 3 Stockwerke obendrauf, Digga, Hippo, Kinder Hippo Hoppui, Alter. Oder du kannst, weißt du, den Hinterpart vom Donut kannst du für 1000 Warmen in München vermieten, Bro. Da hast du noch einen Nutella-Brunnen reingebaut in den Donut, Alter. Wirklich. 5, sage ich. Donut 5, okay. Alright, ey, du machst das bis jetzt echt gut, Bro. Okay, und dann als letztes, die 2 haben wir noch übrig, ne? Als letztes habe ich Burrito. Boah! 2, 100%ig, aber es ist nicht, also, du wolltest ihn eigentlich auf die 1 machen, oder? Nee, ich hätte Döner trotzdem auf die 1 gepackt. Ja, ich glaube schon. Okay, okay, okay. Ey, ich finde Döner so geil, vor allem, ich habe letztens, habe ich mal mit Dominik für sein Video gecheatet und wir haben Rüam getestet in Berlin, einer der besten Dönerläden in Berlin. Der war lecker. Und der war überkrass, Digga, seitdem ist Döner auf jeden Fall auf der 1, Mann. Miguel, warst du damals dabei, als wir Rüam getestet haben? War krass. Und Miguel und ich waren ja auch in Wien beim besten Döner der Welt. Wie heißt der nochmal? Ferhat oder so, ne? Ja. Ferhat? Ferhat, Ferhat. Weißt du noch, wen fandst du im Nachhinein das leckerer? Der in Wien. Ja. Oh ja, der in Wien war noch besser? War der wirklich krass? Der war ehrlich krass, aber das war wirklich ein anderer Style, Bro. Der Rüam macht halt wirklich so diesen Berliner Döner, sag ich mal. Diesen OG, ja. Auch vom Fleisch her. Und Ferhat macht, das ist schon fast irgendwie ein Steak-Sandwich so. Ja, also das war eh krass. Holzkohle, Bruder, komplett alles so gegrillt und so. Ja. Aber auch das Fleisch ganz anders. Okay, aber dann haben wir deine Liste, Bro. Döner auf der 1, Burrito auf der 2, Burger auf der 3, Bocci von der Tanke vor dem Donut. Ja, würde ich aber auch mal, ich hätte meine Liste tatsächlich genau so gemacht, hättest du mir alle auf einmal gesagt. Das ist krass, Bro. Ich hab eigentlich, dachte ich so, okay, er wird bestimmt den Burrito auf die 1 machen, weil du einfach, ich dachte, du bist so ein unfassbarer Burrito-Fan und hab versucht, dich reinzubaten, dass du andere Sachen auf die 1 nimmst. Ich hab eigentlich gehofft, dass du so für Burrito nur noch die 5 offen hast am Ende und den dann so ganz nach unten machen musst. Ja, check. Aber ich muss sagen, du hast stark gemacht, Bro. Ey, Format ist wieder geil. Schreibt uns gerne Vorschläge in die Kommentare. Tim ist jetzt aktiver in den Kommentaren und sucht uns da immer Sachen raus. Nächstes Mal ist... Dass wir auch, dass wir da, also das, wenn ich dann für Dominik nächstes Mal mache, dass ich dann, nee, dass Dominik nicht gespoilert ist schon. Genau. Also ihr könnt gerne, ihr könnt einfach Kategorien reinschreiben, ihr könnt aber auch direkt gerne Kategorien plus Namen oder Dinge vorschlagen. Beides geht. Ja. Ich glaube, das ist geil. Schreibt gerne rein, ob wir das weitermachen sollen. Wenn ihr das scheiße findet, könnt ihr das ausschreiben. Nee, ich glaube, das hat auch noch... Ich will noch meine Seite dekorieren. Ja, hier. Ja, meins ist auch Loki fertig, Bro. Wir drehen mal, das hier ist jetzt mein finales Ding. Wir drehen mal, das hat Dominik währenddessen gemacht und die Seite müssen wir noch machen. Ey, Bro, kannst du während ich dekoriere aus dem Karton diese Figuren ausschneiden, weil die will ich gerne auf den Spoiler oben drauf machen. Bro, die sehen überscheiße aus. Vor allem hier bei dem Rentie, das ist schon so abgerissen. Also hier so an der Verpackung sind so kleine Figuren, die man noch ausschneiden kann aus Pappe, Bro. Die kleben wir nicht auf. Die sehen aus wie Bastarde, Mann. Ich schreibe mal was. Doch, lass die doch auf den Spoiler machen. Nein, will ich nicht. Du bist doch richtiger Weihnachts-Cringe irgendwie. Bist du im Weihnachtsfieber schon? Das Grinch, nicht Cringe, Bro. Weihnachts-Cringe, hab ich gesagt. Nee, das ist Cringe gesagt. Ja, aber so. Bist du schon im Weini-Fieber? Ja, schon. Ich hab das Gefühl, du bist gar nicht im Fieber. Doch, was zum Fick über, Bro. Das Gefühl, du bist gar nicht irgendwie. Also, ich freu mich auf jeden Fall dieses Jahr auf Weihnachten so doll, wie ich mich schon lange nicht mehr gefreut habe auf Weihnachten. Ich hab das Gefühl, ich werd langsam ein bisschen erwachsener und so. You heard it here first, guys. Ich freu mich einfach irgendwie auf diese Ruhe, Zeit mit Familie. Ah, ja. Dann haben wir jetzt, nächste Woche haben wir mit der, mit der, das liegt so dumm, mit der Snapchat-Gruppe. Nein, nein, sag das nicht. Nein, mit der Freundesgruppe von meiner Freundin, also die haben, damit man das kurz checkt, warum ich das gesagt hab, die haben eine Snapchat-Gruppe, die heißt Grapefruit. Ich weiß bis heute nicht, warum. Uh, da ist irgendwas Sexuelles drauf. Ja, ich glaub auch. Grapefruit gab's doch mal so ein Lifehack irgendwie, ne? Dass man so, wenn man, dass man an der Grapefruit lernt, so Oralshit und so. Ja, ja, ja. Ja, I don't know. Auf jeden Fall haben die die Grapefruit-Gruppe und wir haben das große Grapefruit, ähm, die Grapefruit-Weihnachtsfeier, basically. Oh mein Gott. Das klingt jetzt mega cringe, als würden wir da mega cringe Sachen machen. Basically ist es einfach nur, jeder kommt, bringt seinen Freund mit oder kommt alleine, je nachdem. Und, äh, Shoutouts. Shoutouts. An die, die alleine kommen? Ich glaube, oh nein, ich glaube, es gibt nur eine Person, die Single ist. Oh, das ist übel. Oh, das ist eine wilde Frage. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es im Grunde einfach nur, wir treffen uns alle, es wird dumm gesoffen und, äh, wir machen Raclette. Oh, geil, Digga, Raclette. Und das ist auch so, das ist auch so geil, weil, also, das war so das Raclette, was ich bis jetzt gegessen habe, wo es am meisten verschiedene Sachen gab. Was machst du so auf dein Raclette drauf? Wollte gerade sagen, Raclette ist sehr wichtig, aber auch kann, also es kann eine Freundschaft zerstören, weil Raclette mit anderen Menschen zu machen, ist ein Reality-Check. Du hast alle guten Dekos mir weggemacht, du blöder Wichser, ne? Weißt du das eigentlich? Nee, wir haben hier noch, hier sind noch Brezeln. Wir müssen danach, glaube ich, saugen. Es ist, es ist, es ist eine Brezel ist da. Ja. Ähm, also Raclette muss bei mir auf jeden Fall Mais, Kartoffeln. Mais fand ich schon mal Quatsch. Nein, Mais muss sein, das ist so geil. Kartoffeln. Obwohl, nee, ich möchte meinen Tag zurückziehen. Mais ist kein Quatsch. Ich würde mir jetzt nur nicht so eine halbe Schale voll mit Mais machen, sage ich mal. Macht man auch nicht. Aber so ein bisschen, so ein paar Mais-Dinger. Ja, nee, okay, hast recht. Aber ich finde, Mais ist eine Sache, nicht viel, aber es muss da sein. Das macht so viel geiler. Okay, das ahne ich. Ich finde, wenn Mais gut dosiert ist, ist es A-Tier, vielleicht sogar S-Tier, wenn es aber... Zu viel ist es fast. Also ich würde zum Beispiel nie als Main-Beilage nur Mais fühlen. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, 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 nee. Aber das gibt's auch nicht, oder? Das Einzige, wo es dann wieder geil ist, wenn es mehr ist, ist so ein gegrillter Maiskolben. Ja. Und den dann dippen. Aber das ist was anderes. Ich habe letztens, boah, das ist meine Empfehlung der Woche, glaube ich. Ich habe letztens mit, ähm, mit Marsha zusammen, hat uns Tim so TikTok Foodhacks rausgesucht und wir haben die im Stream getestet. Okay. Bro, ich muss wirklich sagen, haben wir das Video eigentlich dazu schon hochgeladen? Ich glaube nicht. Wilbo, was machst du, Dinger? What the fuck? Geht's anderes Thema? Ich muss wirklich sagen, das war übelst krass. Wir haben so Mais, also wir haben von einem Maiskolben haben wir so Ecken abgeschnitten. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir haben so, ja, wie so kleine, Oh, ich weiß, was ihr gemacht habt, oder? So kleine Rechtecke rausgeschnitten. Ja. Wenn man den Maiskolben quasi von oben anschaut, dass es ein Kreis ist, habt ihr den gefürtelt, oder? Ja, das hat nicht so ganz funktioniert, sondern wir haben dann so in der Mitte, wo so dieser harte Kern ist, haben wir das quasi so drumrum geschnitten. Aber stell dir vor, man würde eine Ananas von oben, würde man so rausschneiden. Bei der Ananas gibt es ja auch diesen Kerl in der Mitte. So mäßig haben wir den Mais geschnitten, hatten wir so Maisstreifen, sag ich mal. Die haben wir dann aufs Backblech gelegt und dann haben wir, was haben wir drauf gemacht? Ich glaube, wir haben so eine Mischung gemacht aus Öl, Paprika, was war da noch drin, Bro? Also so einfach eine Öl-Gewürzmischung. Bro, machst du einfach drüber, dauert fünf Minuten, dann irgendwie so 15 Minuten oder 20 Minuten im Backofen oder sowas. Keine Ahnung, nach Augenmaß einfach, bis es braun ist. Bro, und dann haben wir so einen Dip dazu gemacht. Das war so Joghurtsauce-mäßig. Bro, das war so geil. Klingt crazy. Das war wirklich krass. Das ging super schnell. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen auf TikTok. Leute sagen, das ist so das vegane Spare Ribs oder so. Ja, genau. Ich glaube, das stand da auch so. Hat das doch so mäßig so den Vibe gegeben? Das hat ja den Vibe, weil das war so, wir haben die so, das ging durch so eine Panierstraße, glaube ich, so mäßig durch. Das war... Durch die Gewürze und so wahrscheinlich auch. Also die Gewürze waren halt so, als würde man jetzt Chicken Wings würzen. Ja, das war so der Style. Das war sehr herzhaft. Geil. War richtig gut, das ist stark, man ja. Ey, man kann mit Mais sehr viel machen. Also Mais muss bei Raclette auf jeden Fall am Start sein für mich. Kartoffeln muss auch auf jeden Fall am Start sein. Dann brauche ich auf jeden Fall auch rote Zwiebeln in so feine Ringe geschnitten. Die zum Beispiel kann man entweder oben auf der Platte ein bisschen angrillen oder natürlich auch mit in die Pfanne reinpacken. Auch sehr wichtig. Ähm... Boah, ich habe lang kein Raclette mehr gemacht, fällt mir ein, Bro. Ja, ich auch, ne? Ehrlich, lang nicht mehr gemacht? Ich finde, wir sollten aufhören, Raclette nur an Weihnachten oder Silvester zu machen. Oder lass uns mal anfangen, es ist auch einfach mal mitten im Jahr mal einfach zu treffen und mal ein Raclette zu machen. Aber ich weiß schon, warum unsere Eltern das damals so eingeführt haben, weil das ist ehrlich aufwendig. Ja, weil du, es ist halt wie so ein kleines Buffet, was du so mäßig machen musst. die Vorbereitung und so. Einer, der vorbereitet, ist halt wirklich der Gefickte, Bro. Aber es geht. Real Talk, ist es so viel, was bereitet man dann alles vor? Ich weiß nicht. Du holst mega viel Käse, okay, gehst du halt zum Markt. Es ist auch teuer. Es ist auch Real Talk teuer. Es ist teuer. Wenn du guten Käse holst, ist es teuer. Wir haben damals für das Silvester im Rob House, da warst du doch auch dabei, als wir mal im Rob House zusammengefallen haben, Mike und ich haben quasi die Planung gemacht und haben eingekauft und so. Boah, ich sag dir echt, es war schon ein bisschen auf Arbeit so, ne? Wir waren halt zehn Leute, ne? Ja, waren schon ein paar Leute. Ja, also das Ding ist halt, du wickst gerade den Boden hier voll, Bro. Oder deine Hose, eins von beiden. Ja, beides egal. Ja, wenn du halt guten Käse kaufst und so, ne? Käse ist teuer teilweise, Bro. Ja. Dann bei uns, also soweit ich verstanden habe, wird bei uns an Weihnachten wird dann auch noch so der, der, der gute Wein mal aufgemacht. Ah. Ne? Also wir haben da, da gibt es so einen 60-Euro-Wein, der da mal aufgeköpft wird. Ejo? Ja, ja, da gibt es so Sammlerstücke bei meiner Mom. Die haben so einen, Bro, die haben so einen extra Weinkühlschrank sich mal irgendwann gekauft. Das ist so ein Flex. Weil der Lebensgefährte von meiner Mom ist halt so Turbo into Wein. Ja. Und, äh, der meinte, zu Weihnachten wird sich gegönnt, dann machen wir eine 60-Euro-Weinflasche auf. Dicker. Also das passiert so ein, das passiert so ein bis zweimal im Jahr so mäßig. Hass, habt ihr das schon mal gemacht? Ich noch nicht, ne. Weil, sag mal dann... Letztens, als wir da waren, hatten wir eine 20-Euro-Weinflasche. War krass. Sag mal dann bitte, ob man den Unterschied so schmeckt. Ja. Ob man dann so sagt, diese 60 Euro, Dicker, das lohnt sich. Nein, Bro, das lohnt sich nicht. Das ist nicht... Ist das so das Gefühl einfach? Das ist nicht, dass man sagt, also, das ist nicht, dass man sagt, oh mein Gott, das ist jetzt so viel krasser, dass es 60 Euro wert ist. Bro, ich sag ehrlich, es gibt auch mega guten 5-Euro-Wein, Bro. Es gibt auch mega guten 3-Euro-Wein. Das auf jeden Fall, aber das ist ja so nicht die Frage, das mäßige, der 5 Euro kann ja trotzdem gut sein, aber der 60 Euro kann ja nochmal so viel besser sein. Der ist auf jeden Fall besser, aber ich glaube, das ist so... Weißt du, wenn du jetzt so ein 1-Euro-Wein mit einem 10-Euro-Wein vergleichst, merkst du einen heftigen Unterschied. Ich glaube, aber wenn du jetzt 10 Euro mit 60 Euro vergleichst, Bro, dann ist halt, also das meiste vom Preis ist es einfach wirklich nur die Marke dann oder wie das so verkauft wird, you know? Dieser 60 Euro Wein, von dem ich gerade rede, der wird nur so alle 4 Jahre, gibt's den nur, weil wenn die Ernte zu schlecht ist, dann machen die den gar nicht. Dann machen die den nicht. Das ist so eine Special Edition mäßig. So Premium. Nur wenn so die Sterne richtig stehen, Bro, und der Mond hat auch irgendwie immer mit irgendwas noch zu tun, Bro. Ja, ja, wenn Vollmond ist. Und dann wenn irgendwie nebenan noch irgendwie, weiß ich nicht, Erdbeeren gewachsen sind oder so, nur dann wird das gemacht, weißt du? Ja. Und das passiert nur alle 4 Jahre oder so. Ja, okay, check. Und sonst machen die das nicht. Und deswegen ist das so teuer. Mich würde aber mega interessieren, so einen Weinatzen zu holen, der so halt viel teuren Wein auch so trinkt und so, der sich auskennt, und den mal blind verkosten zu lassen. Nur 1 Euro Wein, 10 Euro Wein, 20 Euro, 60 Euro. Schafft der. Und dann meinst du, der würde 60 Euro rausschmecken? Ja. Weil dann wäre es ja doch ein Unterschied. Ja, ja, ich glaube, es gibt einen, ja, ja, ich will nicht sagen, dass es keinen Unterschied gibt. Und ich glaube, der Unterschied wird nur weitaus feiner. Das wird, was ist das Gegenteil von exponentiell? Das Gegenteil davon? Impotent. Impotent? Ich weiß nicht. Ja, also quasi, wenn ich die Kurve beschreiben würde, die geht sehr schnell nach oben und flacht dann immer weiter ab. Die tagiert gegen Limes unendlich. Nee, nicht Limes unendlich. Limes 9 oder so. Aber sie tagiert gegen unendlich. Okay, stimmt. Sie tagiert nicht gegen unendlich. Sie tagiert auf jeden Fall gegen irgendwas. Sie tagiert gegen irgendwas, ja. Aber sie wird es nie erreichen. Aber sie kommt immer ein bisschen näher. Wie heißt das, Bruder? Oh mein Gott, mich triggert sowas so hart. Ich muss das dann rausfinden. Ich kann euch so lange meine dekorierte Seite zeigen. Wie findet ihr es? Schön. Buchstaben. Lass oben auf dem Spoiler was draufschreiben. Ja, Mann. Edeltor. Oh Gott. Hier, Bro. Ich muss ganz kurz rausfinden, wie diese Kurve heißt. Ja. Für alle Mathe-Fans, wenn du so zuhörst. Exponentiell. Ich muss sagen, ich liebe diese Bastelfolgen irgendwie. Oh mein Gott, ich hab's, ich hab's. Jetzt fühlt es sich gar nicht mehr an, als würden wir Podcast machen. Es ist einfach wirklich, als würden wir chillen und einfach labern. Also entweder es gibt ein beschränktes Wachstum oder eine quadratische Rekursion. Quadratische Rekursion ist quasi, dass es langsam startet, dann schnell, 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 schnell und dann flacht es krass ab. Das ist das, was es übrigens, das ist ein kleiner Funfact, das gibt es bei der Entwicklung von, also bei Erfindungen ist das ein Ding. Also zum Beispiel bei der Erfindung von Internet, als Beispiel, oder Technik allgemein, hat es sehr langsam angefangen, wurde dann übelst schnell und jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo es ein bisschen wieder so abflacht. Checkst du? Ah, weil es gar nicht mehr so krass geht. Weil es jetzt langsam max ist so schon. Okay, check. Und das Phänomen gibt es bei sehr, sehr vielen Sachen. Zum Beispiel, Smartphones ist ein gutes Beispiel. Als Smartphones angefangen haben, ging es übelst langsam, übelst langsam. Dann auf einmal, immer mehr Leute haben es bloß, dann war es auf einmal so, holy shit, bro, so gefühlt jedes Jahr kam irgendwas Neues, bro. So auf einmal, wir haben jetzt Touchstream, bro, wir haben jetzt, ne? Aber jetzt inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo, ich sag mal, der beste Stand für ein Handy ist rausgefunden. Wie ein Handy am besten ist, haben wir jetzt inzwischen rausgefunden. Genau, es geht nur noch jetzt um die Optimierung. Ja, es geht jetzt so um Kleinigkeiten, aber wenn man eher, also, Ja, aber das ist doch bei vielen Sachen so, das ist doch gleich bei Mikrochips, bei allem so. Ja, genau, genau. Also auch nicht nur im Technikbereich so. Natur. Bei allen Sachen, ja, genau. Ist voll interessant. Hab ich letztens mal irgendwann, ich glaube, es war ein TikTok oder so gesehen. Boah, weißt du, ich glaube, Real Talk, was ich gerade merke, bro, das meine ich ganz ernst, ich glaube, du wärst ein krasser Mathelehrer geworden. Nee, nee, ich wär ein grauenhaft Mathelehrer. Naja, also, an sich wärst du ein schlechter Lehrer, weil du keine Geduld hast, aber du hast immer, und das hab ich schon immer gemerkt bei dir, immer, wenn es um so Mathe geht, ne Faszination dahinter. Du könntest immer, weil du würdest nicht einfach dastehen vor den Schülern und sagen, ja, es lernt einfach die Scheiße, wenn du es nicht verstehst, seid ihr halt Hurensöhne, sondern guck mal, du würdest sagen, ey, guck mal, diese quadratische Rekursion, damit kann jetzt keiner was anfangen, aber dann machst du so ein paar Beispiele. Wie du es mir gerade erzählt hast, Bro, hab ich mich übel interessiert, weil ich übel küsste, weil ich sagte, jo, erzähl mir mehr, weißt du? Check, check. Das find ich ein schöner Eigenschaft an dir. Ja, aber das Problem ist, warum ich kein guter Lehrer wäre, erstens, ich hätte gar... Lacht, ich mein, das ist wirklich eine schöne Eigenschaft an ihm. Kann man nicht mal noch sagen in der Weihnachtszeit, wenn man es gut findet. Es ist so. Richtig sauer. Nein, ja, ich find's immer schön. Ich wäre ein schlechter Lehrer, weil ich einmal gar keinen Bock hätte mit so 13-jährigen Bastarden da rum zu chillen. Das stimmt. Die nicht duschen, Bro. Zwischen 13 und 15 sind Menschen wirklich... Das ist die gemeinste Phase einfach. Ja. Da sind die Leute am gemeinsten. Ja. Die sind shameless, Bro. Die kennen gar nichts. Shameless und stinkig. Ja, shameless, stinkig. Und Axt fucking Chocolate. Bro, die kennen gar nichts. Die riechen nach Axt Dark Temptation, Junge. Ja, genau das. Und sagen so, Herr Teller, ja, du bist der Hurensohn. Ja. Raus, Johnny, raus mit dir. Ja, ja, ja. Scheiß auf die. Oder weißt du so, das ist auch so das Alter, wo sich dann irgendwer meldet und so sagt, ich hab's nicht verstanden. Was haben sie denn nicht verstanden? Alles. Ja, du kleiner Hurensohn. Die kleiner Bastard, Alter. Dann pass doch auf. Du bist in der Elften. Ehrlich sagt Herr Teller, sei der Vierten nicht mehr so. Nichts mehr. Nee, Rita, das würde mich krass abfangen. Ja. Und mich würde es einfach auch allgemein krass abfangen, wenn ich irgendwas erkläre, das Gefühl hatte, ich hab das jetzt gut erklärt, und dann meldet sich wirklich jemand und hat's nicht gecheckt, Bro. So auf Ernst. Ich glaub, mich würde am krassesten die Lehrer, äh, die anderen Lehrer, die Eltern abfangen. Rita, ich glaube, als Lehrer fucken die anderen Lehrer auch böse ab. Ja? Meinst du, weil die so reinlabern? Ich glaube, ich glaube, bei der Kategorie Lehrer gibt es sehr viele Psychopathen, würde ich behaupten. Aber inwiefern stören die dich so in deinem Alltag? Du machst halt dein Ding. Ja, aber du musst schon mit denen irgendwie arbeiten, glaube ich, teilweise. So im Lehrerzimmer. Vielleicht kommen die so und sagen so, ähm, schau mal, ich hab gesehen, du unterrichtest immer noch nach dem alten pädagogischen Standard von 2017 und da ist ja inzwischen was Neues rausgegangen. So auf denen. Ja. Ja, gut. Dann sagen die so, guck mal, was... Ich glaube, es gibt halt drei Kategorien an Lehrern, weißt du? Es gibt einmal die, die leidenschaftlich Lehrer sind. Dann gibt es die, die so bei Allnatura einkaufen und so Biologie machen. Scheiße. Und dann gibt es noch die dritte und die aller, allerschlimmste Kategorie an Lehrern. Und zwar die, die damals in ihrer Schulzeit schon eine richtig beschissene Zeit hatten und da gemobbt wurden und das jetzt allen heimzahlen wollen. Ja. Und das ist dann meine Englischlehrerin, Bro, die mir einfach, die mich so gehasst hat, oder obwohl ich gar nichts gemacht habe, einfach nur, um mich abzufacken, Bro. Schau, das war meine Französischlehrerin. Die hat das genauso gemacht. Das ist wirklich so asozial. Die meinte so, sie lässt mich mal, sie lässt mich sitzen bleiben, dass ich nochmal Zeit habe, mir den Stoff nochmal reinzuziehen. Bruder. Plottwist, ich habe mir den Stoff nicht nochmal reingezogen, obwohl ich sitzen geblieben bin. Habe nicht zugehört. Ey, das ist unser fertiges Haus. Lass mal ihn präsentieren. Ja, ich will hier nochmal die Sachen versprechteln, weil das hier ist nicht nach deutschem Maßstab gemacht. Ja. Nach deutschen Standards. Zu großes Spaltmaß. Ja, wir sind ja hier nicht bei Tesla, wa? So. Apropos Tesla, kurz der große Business-Talk. Mir ist Elon Musk inzwischen zu psychopathisch und ich überlege, ob ich meine Tesla-Aktien verkaufen soll. Was hat er jetzt gemacht, dass du das denkst? Weiß ich nicht, Bruder. Er tweetet immer irgendeine Scheiße, Digga. Und irgendwie, das ist irgendwie... Ah, das fällt dir jetzt auf. Ja. Das fällt dir jetzt auf, Kevin. Ja. Bro, Real Talk, das ist jetzt Quatsch. Also, der ist Real Talk, wenn das das ist, der ist psychopathisch seit fünf Jahren. Ja. Genau so. Actually, genau so. Ja, kann sein. He didn't change. Kann sein. Ich glaube trotzdem, dass Tesla... Ich habe mich blinden lassen vom Erfolg der Aktie. Halt trotzdem mal. Ich glaube, das ist gut. Ja, danke. Ich habe gestern einen interessanten Podcast gehört über so SpaceX und so und dass es so eine deutsche Firma gibt, die auch so Satelliten bauen und so. Also, übelst interessant. Und die schießen halt übelst viel mit SpaceX nach oben so von den Satelliten. Mhm. Und der Typ, der da im Podcast war, kennt er auch Elon Musk persönlich und hat so ein bisschen über deren neuen Raumschiffe oder neuen Raketen erzählt und so. Das war sehr, sehr spannend. Also, er ist irgendwie so ein Genie und ein Wahnsinniger gleichzeitig. Irgendwie so. Das ist wirklich, das ist echt crazy bei dem. Das stimmt. Alright, Freunde, unser fertiges Lebkuchenhaus ist fertig. Es sieht echt, bis auf den Spoiler sieht es echt cool aus eigentlich. Alter, es geht voll klar. Schaut mal hier. Ja. Dominik-Seite. Ich habe unfassbar Bedürfnis, das gegen eine Wand zu werfen. Am 24. machen wir das. Boah. Kevin-Seite. Und natürlich, nicht zu vergessen, ich hoffe, ich kann es kippen, unser Spoiler. Ja, da oben steht Edeltalk drauf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wir haben oben so einen Spoiler mit kleinen Smarties, da ist nochmal die Hälfte runtergefallen, mit kleinen Smarties, wo Edeltalk draufsteht. Stark. Das ist sehr geil. So, ist eigentlich der Plan, wenn man sowas macht, dass man das auch isst dann? Also essen das Menschen? Ich finde, wir müssen aufhören, Dinge teilweise zu gut aussehen zu lassen, wenn sie essbar sind. Checkst du? Nee. Es gibt manchmal so, außer man ist in so einem Sternerestaurant, aber auch da gibt es das manchmal. Ich verstehe, was du meinst. Verstehst du nicht? Nee, das kann doch auch, also, wenn es essen lecker aus, gut aussieht, dann esse ich es doch. Ich mache dir ein Beispiel, ich mag jetzt Lebkuchenherz nicht, aber wenn man Lebkuchen mag, ein Lebkuchenherz. Weißt du, das ist so schön designt und so, da denkt man sich so, Bruder, ich kann das doch jetzt nicht einfach auf ehrenlos wegfressen. Oder, oder, es gibt diese, den Gedanken hatte ich noch nie. Es gibt diese Schokolade, es gibt diese Schokolade, die so in Form ist von irgendwie einem Lambo oder so. Das gibt es auch manchmal. Oh, so eine Hussel. Ja, genau. In so Alman-Bonsen-Schokoladenläden. Checkst du, wo die Schokolade, don't add me, lange nicht so geil schmeckt, wie die von Milka oder von Kinderschokolade. Ja. Sondern die schmeckt so, als wäre die für Opas gemacht, Bro. Soll ich dir was sagen, Bro? Ich glaube, sobald man 50 wird, schmeckt das einem. Ja, ich glaube, no joke, no joke, no joke. Oder wird man sich von seinen Kindern, hey, kannst du mir diesen Schraubenzieher aus Schokolade schenken? Ja. Mein Dad hat sich for real mal von uns, von Hussel, so, also schau aus an Hussel, I don't know, die machen ihr Ding, aber er hat sich wirklich mal gewünscht, weil die hat mal so einen Hammer aus Schokolade, irgendwie so, Werkzeugset, so eine Collection und hat sich davon was gewünscht, mal zum Geburtstag. Nein. Also guck mal, wenn ich, nein, 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 bitte sagen wir, das ist Cap. Na, for real hat sich gewünscht, aber es gibt auch einen Fact, du kennst meinen Dad, der jetzt so von zweimal Hallo sagt, aber du gibst einen Fact, den weißt du nicht über ihn, er war früher, er hat sich inzwischen gebremst, weil der Arzt sagte, er muss chillen, er hat früher so viel Schokolade gegessen, Bro, jeden Tag ein, zwei Dinger. Aber es geht nicht darum, dass er ein Schokoladen-Fan ist, es geht für mich darum, dass ein erwachsener Mann, ich möchte deinem Dad nicht zu nah treten. Ja, nee, sprich ruhig, ich schicke ihm die Folge. Dein Dad ist ein absoluter Atze, aber da gab es einen erwachsenen Mann, der sich jetzt nicht gewünscht, den gibt es noch hoffentlich, da gibt es einen erwachsenen Mann, der jetzt nicht hingegangen ist und sich gesagt hat, hey, ich möchte gerne zum Geburtstag diese Pralinen haben, sondern, Pralinen? Sondern er hat sich gewünscht, Weh, wenn er keine Pralinen will. Sondern er hat sich gewünscht, ich möchte ein Werkzeugset aus Schokolade haben. Das ist kranke Scheiße, Mann. Ey, shoutout an Dominik's Dad, Bro. Shoutout an Dominik's Dad, aber ey, falls du das siehst, das ist kranke Scheiße gewesen damals. Was sollte das damals? Mach Statement, komm zu Roos. Digga, stell dir vor, irgendwann du schaltest bei Roos ein, Roos, Roos gerade gekennst, ich weiß nicht. Du schaltest bei so Hip-Hop 24 ein, auf einmal sitzt er mein Dad und er muss so erklären, warum er damals bei Hustle die Werkzeuge bestellt hat. Wir haben es ihm auf jeden Fall geschenkt. Vielleicht wollte er es auch nicht haben, aber meine Schwester und ich dachten, komm, wir schenken dir ein Werkzeug. Kevin, mein Lieber, deine Mom hat uns doch hier diesen fantastischen, kann man da sagen, Art-Adventskalender? Art-Adventskalender? Ja, wir machen mal die zweite auf, hier, Tag 2. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Da haben wir wieder ein bisschen Schoki drin, ich darf die heute tatsächlich nicht mitessen. Die Uhrzeit ist, wenn du das hier aufmachst. So. Ja, wo ist meine Schoki? Also hier, hier ist, was ist das? Wir haben heute zarte Fläschchen drin, Asbach-Vollmich-Fläschchen. Ich glaube, das ist Alkohol, Bro. Das sieht aus wie so, keine Ahnung, Bro, in, ähm, bei so, EFT, so ein Geschoss. Ja, so eine Munition. So ein Punkt-556-Hohlmantel-Geschoss oder so. Ja, das sieht aus wie eine Munition. Bro, da ist Alkohol drin, kann ich Auto fahren dann noch, ja, ne? Bruder, ja, natürlich, als ob man jetzt von einer Schokolade so ein Turbos voll ist. Meint ihr, da ist eine Flüssigkeit, soll ich mal den Deckel aufmachen? Ist da wirklich Alkohol drin? Hat sich schon mal jemand, war schon mal jemand endlich besoffen wegen Schokolade? Nee, ne? Warte mal, guck mal, ob da Flüssigkeit rausfließt. Ja, ja! Ja, what the fuck! Das ist Alk, oder? Das ist Alk, oder? Geil! Jetzt krieg ich die Kurve besser. Schön, ey, 180 in die Kurve. Und wegen einer 8-Mach-Uralwitzel-Dinke. Okay, hier, das passt sogar, wir haben heute über meine Mom darüber gesprochen. Meine Mom hat hier draufgeschrieben, der beste Wein ist der, den ihr mit Freunden trinkt. Wann haben wir jetzt mal Wein getrunken? Äh, schon lange her. Das stimmt, ich hab gestern mit meinen anderen guten Freunden, außer Kevin, hab ich Wein getrunken auf dem Weini-Markt. Halt Glühwein zählt auch, oder? Ist auch ein guter Wein, wenn man die mit Freunden trinkt. Wir haben uns gestern so zugefressen und zugesoffen. Miguel war ja dabei. Wir haben uns so zugefressen und zugesoffen, das war so eine Herrlichkeit, Alter. Inzwischen sind die Weihnachtsmarkte so abgesteppt, es gibt nicht mehr nur Glühwein. Es gibt jetzt auch, Bruder, wir hatten, war, das war insane. Ein Stück weit auch Empfehlung der Woche noch schon, ein Teil davon. Es gab einen Stand, da konntest du dir Cocktails holen, aber die waren warm. Oh, okay. Warme Cocktails, so und jetzt kommt der Kracher. Die haben die dir gegeben, jetzt nicht in einem Becher oder Glas, sondern in einem Flachmann aus Glas, also in einem flachen, ihr wisst, was ein Flachmann ist, right? Ja, ja, ja. So ein flaches, hohes Glas, Gefäß, ja. Flasche mit Deckel auch. Aber es war durchsichtig? Genau. Von außen sehen? Genau, war Glas so? Weil normalerweise ist ja so ein Ledermantel oder so drum. Ja, ja, oder so Metall oder so. Nee, es war Glas. Haben das reingefüllt und so konntest du das halt dann auch mitnehmen, war halt Pfand, irgendwann zurückbringen, konntest du halt ein Weihnachtsmarkt mitnehmen, immer ein bisschen was draus trinken, weil du konntest zuschrauben und das Krasseste ist, durch die flache Form, war das ein Handwärmer, einfach in die Tasche rein, Bro, weil das war ja heißer Cocktail. Du hast es in den Taschen halt drin gehabt und hast die ganze Zeit halt schön dich wärmen können da dran. Alter, das ist ja übersmart. Das war so genial, ich hab das gar nicht gecheckt. Ja, ja, das war richtig lecker. What the fuck? Ich dachte, du sagst jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, irgendwie Berlin, Osten, bla bla, oder ob das alle kennen. Ich glaube, das kennen alle. Feuersangbohle? Mhm. Ja, kennt man, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, es ist einfach Glühwein, nur der Twist ist, nee, es ist, glaube ich, einfach so eine Bohle, die warm gemacht wurde. So ein Alkoholzeug. Ja, genau, es ist so eine Pampe, die so warm gemacht wurde und dann macht man so ein, ich glaube, so Zucker kommt so obendrauf an so einem Stiel und dann kippen die noch so ein bisschen irgendeinen Schnaps drüber und zünden das an. Und dann karamellisiert das so und fließt nochmal so in dieses Ding rein, in diese Bohle. Ist übelst geil, aber ich feier das. Ja, aber ist geil. Und war da den Effekt immer. Ja. So. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall auch crazy und dann gibt's halt auch noch so, es gab so einen Stall von Aperol oder sowas, da haben die dann quasi Weihnachtscocktails mit Aperol irgendwie gemixt. Crazy, Digga. Ja, da geht mal auf den Weihnachtsmarkt, Freunde, da könnt ihr euch ordentlich einen reinzünden inzwischen. Die haben abgesteppt die letzten Jahre. Ehrlich, Milde. Freunde, apropos absteppen, wir kommen zum Kalender. Bald ist er zu Ende. Schaut euch das an. Das ist keine Scheiße. Überlegt mal, wann wir den bekommen haben. Bald ist er zu Ende. Ja, ist echt krass. Wir haben nur noch ganz, ganz wenig. Es ist der letzte Monat dieses Jahr. Fuck. Dann ist der scheiß Kalender endlich weg. Am nächstes Jahr fällt dieses Ding hier weg. Ihr wart noch dabei. Ihr könnt euren Kindern erzählen, ihr wart beim Kalender noch dabei. Alles ist richtig traurig, wenn der Kalender weg ist. Okay. Donnerstag, 7. Dezember. Den haben wir heute. Hast du Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten? Boah. Real Talk, ich habe Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten. Ich weiß genau, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, same würde ich sagen. Und in die Sachen, die ich kann, weiß ich, dass ich die gut kann und ich vertraue auf die. Ja. Was wäre, wenn man kein Vertrauen in die Fähigkeiten hat? Dass man so bei einer Sache, die man eigentlich kann, so sagt, ah nee, das schaffe ich bestimmt nicht oder so. Ja, ich meine, ich hatte das so, so früher hat man sich so voll viele Gedanken gemacht, so, ja, bin ich lustig genug für Streaming und so. Also so diese mäßigen. Dann hat man ja kein Vertrauen in seine Fähigkeiten, oder? I guess. Oder man ist, das kann vielleicht auch sein, dass man halt, dass man zwar eigentlich weiß, was man ist, aber dass man trotzdem halt eine gewisse Unsicherheit oder so hat, ne? Ja. Aber wahrscheinlich das Vertrauen wächst halt mit der Zeit. Je länger du das dann machst, desto mehr weißt du dann, ey, ich mach das halt und ich bin wahrscheinlich nicht der Lustigste in deinem Fall jetzt, aber die Leute schalten halt trotzdem ein. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich der Lustigste bin, so meine ich das nicht. Ich glaube aber, also das habe ich ja schon mehrmals gesagt, aber so, ich glaube, dass ich, ich weiß, was man machen muss, damit Leute bei einem Livestream lange dranbleiben. Ja. Das weiß ich. Ich weiß, wie ich Leute dazu bekomme, dass sie tagtäglich meinen Stream einschalten. Deine Top 3, dass Leute dranbleiben? Soll ich für real leaken? Also ist das geheim? Nee, ich kann sagen. Na, wenn du noch irgendwann den Masterclass verkaufen willst, Dass Leute einschalten oder dass Leute dranbleiben? Du hast gesagt, dranbleiben. Okay, dass Leute dranbleiben, das ist alles jetzt subjektiv aus meiner Perspektive. Ich weiß natürlich nicht, ich habe jetzt keine Marktforschung gemacht oder so, aber Top 1 Sache, die man machen sollte, wenn man streamt, damit Leute dranbleiben und nicht abschalten. Reden. Man sollte, ja, man sollte die ganze Zeit reden auf jeden Fall, das wollte ich nicht sagen. Ed Wieland. Okay, dann sage ich das als erstes. Man sollte möglichst die ganze Zeit reden, mit möglichst, in my opinion, so ein bisschen Power drin haben, ein bisschen energetisch und einfach, es sollte nicht zu viel sein, aber es gibt so einen Punkt, da ist es perfekt. Da hat man das Gefühl, hier ist die ganze Zeit durchgehend, schwingt hier irgendwas so, hier geht es die ganze Zeit so irgendwas, you know? Ja, ja, ja. Und nicht diese, Nicht rumschreien die ganze Zeit, aber nicht einschlafen. Genau, also es darf auch nicht zu viele Pausen geben, aber es muss die ganze Zeit so ein bisschen was schwingen so mäßig. Dann Tipp Nummer 2, in my opinion, man sollte im Stream möglichst versuchen zu gähnen oder zu sagen, okay, das ist jetzt die letzte Runde, weil dann, also zum Beispiel angenommen, ist es jetzt 22 oder 23 Uhr und ich zock gerade Fortnite, okay? Ja. Und ich sag jetzt, okay, das ist jetzt die letzte Runde, die Leute schalten da schon ab. Ach, das soll man vermeiden? Vermeiden, ja. Ach so, ich dachte, man soll das machen? Nee, 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 vermeiden. Die Leute dippen direkt, bro. Ja, 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 okay, ist klar. Ja, okay, danach kommt halt nichts mehr. Ist ja klar, weil die denken, ja, der geht jetzt oft dann so, ja, 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 ja. Dann, man sollte auf gar keinen Fall sagen, dass heute ein kurzer Stream ist, weil Leute denken sich dann so, naja, okay, jetzt für drei Stunden, ich committe jetzt nicht. Viele Leute, die lange dranbleiben, die bleiben lange, also, die wollen anmachen und dann so fünf Stunden da bleiben. Ja. Und wenn da steht so kurzer Stream, dann kommen die nicht so an, glaube ich. Ja, ihr müsst euch verstehen, dass es, also ich vergleiche das einfach wirklich immer wie halt mit Fernsehsendern früher bei uns und das ist so, wenn du jetzt ProSieben einschaltest und dann steht ProSieben, ey, in zwei Stunden ist, machen wir Schwarzbild. Ja. In zwei Stunden ist der Fernsehsender weg. Ja, genau. Dann gehst du halt zu RTL. Ja. I guess. Was ist noch? Dann, wir machen mehr als drei. Eine Sache habe ich noch. Ich versuche sehr krass darauf zu achten, wie ich Übergänge mache zwischen verschiedenen Content Pieces. Als Beispiel von Just Chatting Reactions zu Gameplay ist eine harte Transition. Andersrum ist easy, weil Just Chatting ist das, was mehr Leute anzieht. Gaming ist das, was ein bisschen schwer ist, Leute anzuziehen, je nachdem, was man macht, aber grundsätzlich. Ja. Das heißt, du willst möglichst viele Leute, wenn du erst Just Chatting machst und dann Gaming, möglichst viele Leute transition in den Gaming-Part. Das heißt, die haben jetzt irgendwie eine Reaction von Apple Red mit dir geguckt und du willst jetzt aber, dass die bei dir auch noch eine Runde Minecraft gucken, dann musst du das so ein bisschen smooth machen und nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt Gaming. Ich habe das, immer wenn ich das gemacht habe, habe ich immer einen insane Decrease gehabt an Viewern, weil die Leute das Gefühl haben, ah, okay, ja, Just Chatting ist vorbei, ich bin weg. Was die beste Strat in my opinion ist, ist, das kann man nicht forsten, das kommt manchmal einfach, aber ich versuche das, wenn ich merke, es passt gerade, es zu machen, eine Story anzufangen und dann so die Story weiter zu erzählen, währenddessen das Game schon mal abbooten und die Pointe von der Story kommt aber erst, während das Game schon gestartet ist. Das heißt, ich talk zum Beispiel schon Elden Ring, erzähle doch weiter die Story, bin schon im ersten Bossfight und erst dann kommt das Ende der Story und wenn du die ganze Story hören willst, musstest du dir fünf Minuten Elden Ring reinziehen und bist schon so slightly drin. Das ist crazy. Ja. Stark. Real Talk, ich weiß nicht genau, ob diese ganzen Sachen, die ich da gerade genannt habe, irgendwas verändert haben. Aber es fühlt sich gut an für dich, dass du das machst. Aber ich habe das Gefühl und also ich analysiere das halt wirklich fast jeden Tag. Also ich gucke jeden Tag meine Stats an und so. Keine Ahnung, ich glaube, das bringt was. Finde ich gut. Ich habe eigentlich nur für mich privat gefragt. Alles klar. Hast du, haben wir eigentlich das gemacht, Bro? Ja, haben wir gemacht. Was war das? Der Schnaps. Digga, wie krass hat der geknallt? Nein, nein, aber war da nicht auch ein Zettel mit irgendwie? Nein, das ist für nächstes Jahr. Wir haben hier von meiner Mama, falls sie letzte Folge nicht geguckt hat, dann seid ihr erstens blöd und zweitens haben wir hier für jeden Podcast im nächsten Jahr haben wir einen Zettel bekommen. Aber ich dachte, da lag auch ein Zettel drin in dem D. Da war doch nicht nur der Schnappi drin, da war doch auch ein Zettel. Ja, ein Zettel. Und was stand da drauf? Den besten Wein trinken ist der, den ich vorhin getrinkt. Ah, das war das Ding. Boah, ich glaube, der Urbach, Urbachter hat mich ordentlich aus dem Leben. Digga, was war da drin denn, Bro? Absinnt? Der Asperol hat mich aus dem Leben geassbacht, Alter. Scheiße, Digga. Der hat bei euch die Hütte verbogen. Haben wir jetzt an alles gedacht, haben wir alles gemacht. Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche. Ich empfehle euch, jetzt nutzt euch die Weihnachtszeit aus und macht euch einen gemütlichen Abend zu Hause und nehmt euch ein paar Freunde oder Familie oder Geschwister und macht zusammen eine Backaktion. Okay, meine Empfehlung. Weihnachtsbackaktion. Meine Empfehlung. Du kannst dir einfach sagen, okay, hör wenigstens kurz zu und sag, ja, finde ich eine schöne Sache oder so. Oder wie du hier gerade drüber gefahren bist, ja, sehr ehrenlos. Ich wollte einfach einen Gag machen. Ich wollte einen Gag machen und jetzt ist der Gag mega blöd. Okay, sorry. Ja, jetzt will ich nicht mehr sagen. Sorry, ich war kurz persönlich angegriffen, aber ich nehm, aber wollen wir einfach nochmal machen? Ja, lass uns spielen es einfach so. Macht die Kurzversion nochmal von dem, was du gesagt hast. Okay. Nehmt euch ein paar Familie, Geschwister oder sowas und macht mit denen so einen schönen Backabend zusammen. Okay, ich empfehle euch, macht euch einen Prinz Albert in eure Eichel rein für ein kleines Tier zu sehen. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten wieder, wenn euch die Folge gefallen hat. Fünfze Jahre bei Spotify. Keine Ahnung, iPhone nach oben da oder was auch immer bei Apple Podcast geht und einen Daumen nach oben bei YouTube. Abo, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Insta at Edeltalk, da könnt ihr immer Vorschläge machen. Tim wird da jetzt dann immer so Sachen posten. Könnt ihr irgendwie mitmachen, wenn ihr mitmachen wollt. Neue Vorschläge für die Kategorie von Kevin nächstes Mal. Ihr Sir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.